Ich musste gestern im Flughafen meinen Einkauf tätigen, weil Sonntag war und das der einzige Supermarkt war, der aufhatte. Es war wie als hätte eine Zombie-Apokalypse eingeknallt, weil dieser Supermarkt so leergefegt war, Joey. Da gab es nichts. Und weißt du, was ich auch nicht gefunden habe? Hafermilch. Weißt du, was ich stattdessen kaufen musste? Normale Milch. Und weißt du, was jetzt in meinem Kaffee ist? Normale Milch. Und dementsprechend hoffe ich sehr, dass diese Folge nicht zu viel von anderen Geräuschen gestört wird. Und ich bin sehr froh, dass man durch die Kamera nicht riechen kann. Hä, ist das so ein Thema bei dir, dass du so laktoseintolerant bist? Das Ding ist, ich bin nicht laktoseintolerant, wenn ich Käse esse, wenn ich irgendwas mit, keine Ahnung, irgendeine Sahnesauce esse oder so. Ich habe das nicht. Ich habe das nur, wenn ich normale Milch trinke. Kuhmilch, meinst du? Und was mir auch, genau, ja, wenn ich Kuhmilch trinke. Und was mir auch aufgefallen ist jetzt, wo ich den ersten Sip vorhin genommen habe, ich finde, das schmeckt richtig eklig mittlerweile. Ja, es ist komisch, ne? Wenn man es lange nicht getrunken hat, dann ist es irgendwie so. Ich finde immer, das schmeckt dann so säuerlich und so komisch wässrig auch. Ich finde so eine gute Hafermilch, die schmeckt so geil vollmundig, weißt du? Ja, das auch. Aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ich finde, das ist zwar so ein bisschen cremig, aber so eklig cremig. Ich denke dann immer, dass ich Eiter trinke. Du bist so direkt am Übertreiben. Nee, Joey, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, dass in Kuhmilch auch Eiter drin ist. Wegen, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob im Euter Eiter sich bildet, ich keine Ahnung, wo dieser scheiß Eiter herkommt, ob die von innen Pickel bekommen, ich weiß es nicht. Aber da ist anscheinend irgendwie Eiter drin. Ja, aber das wird doch ultra hoch erhitzt und homogenisiert, Julia, da ist doch nichts mehr drin dann am Ende. Natürlich ist das Bullshit, es ist Bullshit, aber trotzdem ist es in meinem Kopf. Und deswegen habe ich immer so komische Assoziationen, wenn ich diese Konsistenz von normaler Milch in meinem Mund habe und ich will jetzt irgendwie auch nicht mehr weiter trinken. Aber ich finde, so Kuhmilch hat eigentlich, ich finde, die ist immer so ein Stück wässriger als Hafermilch, findest du nicht? Und da denke ich doch weniger an Eiter bei sowas wässrigem, als bei was, was so ein bisschen dickflüssiger ist. Na geht, also ich trinke halt auch super oft Mandelmilch, also diese Mandelmilch ohne Zucker von Alpro. Und die ist auch relativ wässrig, also nicht so voll wie Hafermilch, weil manchmal finde ich das auch geiler, wenn das so dünner ist. Ah ja, du bist so, Max, das ist halt ein bisschen dünn. Genau, ich stehe manchmal, stehe ich auf dünn und nicht so sehr auf voll. Ich finde es krass, Warte, Kuhmilch, die wird doch, damit die haltbar wird, die wird erstens ultra hoch erhitzt. Ist noch irgendwo verständlich, danach wird die homogenisiert, da bin ich schon raus und danach wird die noch pasteurisiert. Was? Ja, da bin ich auch raus. Was ist das? Es gibt doch auch gepökelte, wie nennt man das, Hühnerbrust oder so? Ja, gepökeltes Fleisch, oder? Ja, genau. Es gibt gepökelte, was zur Hölle ist das? Das klingt, als würde es dreimal durch den Schredder gezogen worden sein und zusammengepresst. Aber ich glaube, das heißt eigentlich was anderes. Ich finde aber irgendwie gepökelt klingt lecker, findest du nicht? Findest du, ich finde gepökelt klingt so widerlich, das ist so ein richtiges Ekelwort, so ein Abschreckwort, wo man sich wirklich denkt, okay, da sind noch alle Schnäbel und Augen und keine Ahnung was noch mit reingeknallt worden. Also gepökeltes Huhn. Ja, gepökeltes Huhn. Einfach alles mit drin. Kennst du das noch von früher, als deine Mutter so Schnitzel zubereitet hat? Die klopft man doch so ganz, ganz dünn so. Ich habe noch genau meine Mutter vor Augen, wie die diese Schnitzel da mit so einem Hammer da so hämmert. Und diese eine Seite von diesem Hammer, die hat doch so Noppen, zumindest die von meiner Mutter. Und da waren so Noppen drin und für mich bedeutet dieses, mit dieser Noppenseite auf so ein Stück Fleischhauen, das assoziiere ich mit Pökeln, aber kann auch vollkommener Bullshit sein. Ich glaube, das ist vollkommener Bullshit. Ich glaube, das ist irgendwie sowas in die Richtung geräuchert. Hä? Ich denke, eben war es noch geschreddert und wieder zusammengesetzt. Ja, ich glaube, also nein, warte, stopp. Ich weiß es. Sag bloß, du hast jetzt schon wieder gegoogelt, was Pökeln ist. Pökeln ist eine gewisse Farbgebung und Aromatisierung. Es wird Kochsalz mit Salzen der Salpetersäure ver... Junge, was war das denn für ein deutscher Satz? Gar keiner. Es ist irgendwas mit Salzen. Ja, okay. Einsalzen. Aber deswegen finde ich Pökeln auch lecker, weil gepökelt schmeckt immer schön salzig geil. Weißt du was, es gibt jetzt... Boah, ist jetzt eigentlich voll die Werbung. Wir haben eben schon jetzt... Pass auf, es gibt, ich muss es jetzt sagen, es gibt so eine geile neue Putenbrust-Imitation aus Pflanzen, also quasi vegan. Echt jetzt? Das gibt es jetzt? Also so Putenbrust im Sinne von in Scheiben? Genau. Gepökelte Putenbrust? Quasi, ja genau. Das ist ja auch gepökelt. Oha. Also ich finde es richtig geil. Es ist von Gutfried und heißt wie Hähnchenbrust, glaube ich. Oha, geil. Und ich kaufe mir das jetzt seit ein paar Wochen quasi immer, wenn ich im Supermarkt bin. Aber zum Beispiel Wolfgang mag es gar nicht. Der sagt irgendwie, so gerade dieses Hähnchenbrust-Zeug findet er kacke. Aber ich schwöre drauf, ich esse gerade voll gerne, weil es erinnert mich an die guten alten Zeiten mit meiner guten gepökelten Hähnchenbrust, weißt du? Die ich ja nicht mehr essen will. Ja, okay. Ja, ich werde mal im Supermarkt danach Ausschau halten und dann gebe ich dir ein Feedback, wie ich es finde, ob ich da auf Wolfgangs Seite bin oder ob du was kannst mit deinem Gaumen. Hashtag no Werbung. Ich wurde nicht dafür bezahlt, dass ich das gerade gesagt habe. Ja, super. Okay. Joey, wie geht es dir denn? Nee, ich will jetzt nur mit dir weiter über das Thema reden. Du hast ein riesiges Themenfeld eröffnet, Julia. Wieso warst du gestern am Flughafen, also klar, du warst am Flughafen einkaufen, weil alles andere zu hatte, aber bist du auch geflogen oder bist du wirklich nur zum Flughafen, um dir Essen zu kaufen? Ich habe meine Freundinnen zum Flughafen gebracht, weil die nach Hause geflogen sind von München aus, aber, also, warte, ich bin am Samstag mit drei meiner Freundinnen, wir wollten eigentlich mit noch einer vierten fahren, aber die hat dann kurz vor sich abgesagt, weil sie lernen musste. Wir sind zusammen nach München gefahren. Oh Gott, wer ist sie denn? Weil sie lernen musste? Ja, die schreibt eine Klausur und kann nichts. Ach du Scheiße. Und das ist halt schlecht. Ja, deswegen mussten die Arme leider zu Hause bleiben und wir haben einen Roadtrip nach München gemacht, dann sind wir am Samstagabend, haben wir Party gemacht ein bisschen. Im P1 in München? Nein. Nein, in so einem richtigen Kackclub und danach sind wir in einen anderen Kackclub gegangen und ja, das war mein Abend. Und dann am nächsten Tag musstest du am Sonntag einkaufen gehen? Ja, genau. Ja, genau. Da habe ich die zum Flughafen gebracht, weil die nach Hause geflogen sind, was eigentlich natürlich nicht so gut ist, aber es ist wieder genau dieses Problem, was die meisten haben. Die Züge waren einfach doppelt so teuer wie die Flüge und das sind alles Studentinnen und ja, dann müssen sie halt den Flug buchen. Ja. Es ist auch wirklich crazy. Ja, das war leider genau das Thema. Die wollten alle nicht, aber ging nicht anders. Ich wollte, ich hatte jetzt geguckt nach Zugtickets zu einem Ort, der ungefähr drei Bahnstunden entfernt ist. Also mit dem Auto wäre ich fünf Stunden gefahren, mit der Bahn wäre ich drei gefahren und ein bisschen. Und ich habe nach Tickets geguckt für in drei Wochen. Okay, also gar nicht mal so spontan. Ja, also so für quasi in drei Tagen wären es 200 Euro pro eine Fahrt gewesen. Alter! Ja. So, und für in drei Wochen wären es immer noch über 100 Euro gewesen für diese dreistündige Bahnfahrt, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. So, wie, also wie, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn sich das jemand leisten können? Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass so ICE jetzt quasi das Äquivalent ist zum, zur Business Class in Flugzeugen oder sowas. Es ist ja einfach nur ein schneller Zug und ich finde, es ist irgendwie vollkommen legitim, den nutzen zu wollen und nicht mit diesem Deutschland-Ticket irgendwie, anstatt drei Stunden, sechs Stunden zu fahren, weißt du? Weil du kannst ja keine ICE nutzen damit. Aber du hast auch für die zweite Klasse geguckt oder für die erste? Ja, 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 für die zweite natürlich. Ja, das ist ja auch nochmal das. Also ich meine, es ist sowieso bekloppt, dass dieser Preisunterschied so unfassbar riesig ist bei der Bahn, von erster bis zweite Klasse. Aber darüber, also ich meine, darüber kann man sich ja eh streiten mit erster, zweiter Klasse und so. Aber wenn sie jetzt 100 Euro für die erste Klasse gewesen wären, okay, aber für die zwei ist es schon krass. Das ist schon echt krass. Alter, 200 Euro für eine Hinfahrt, Julia. Ja, ich frage mich aber auch manchmal, ob die einfach wollen, dass man sich diese Bahncards holt, weißt du? Weil ich zum Beispiel, ich habe eine Bahncard 50 und damit ist dann halt alles immer nur halb so teuer. Und dann sind es zum Beispiel statt 150 Euro und dann denke ich immer so, ja, okay, 50 Euro für so eine Vier-Stunden-Fahrt oder so ist ja in Ordnung. Und deswegen kriege ich das gar nicht, deswegen checke ich das selber gar nicht so, dass diese Preise eigentlich so extrem teuer sind, weil ich halt direkt immer mit meinen Bahncard-Preisen gucke. Weil ich halt auch so viel Bahn fahre, lohnt sich das. Weil du, ich glaube, für diese Bahncard zahlst du nur einmalig 70 Euro oder so, dann hast du ja direkt wieder drin, wenn du einmal fährst. Ja, das stimmt, diese Bahncard lohnt sich ja, bei einer langen Fahrt lohnt sich das ja sogar schon ab der ersten Fahrt. Also es ist schon, sollte man in Erwägung ziehen. Aber trotzdem sind die Preise zu hoch. Also nichtsdestotrotz kann man das nicht machen. So, das muss in irgendeiner Weise günstiger werden. Ja, ich finde das auch verrückt. Weil also so ganz normale Leute, die einfach mal ein Wochenende irgendwo hinfahren, wer kann sich das, also das kann sich doch kein Mensch leisten. Ja, eben. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie deine Familie drei, vier Stunden entfernt, hast gerade kein Auto da und jetzt ist da ein Notfall. So, du musst da helfen. So, dann musst du ja spontan da hin. Und dann hast du keine andere Wahl, als für eine fucking dreistündige Zugfahrt 200 Euro zu bezahlen. Wer soll denn sich das leisten können, Julia? Jetzt mal Real Talk. Ja, ist so. Schwierige Situation. Müssen wir ändern. Ja, müssen wir auch mal was machen. Also Deutsche Bahn, wenn du das hörst, mach mal was anders, bitte. Wenn du das hörst. Als wäre das so eine Bahn, weißt du? Ja, sorry, aber das Ding ist halt, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie wir da, also was sollen wir denn machen? Das ist ja auch das Ding. Keine Ahnung. Was sollen wir machen? Ja. 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 Scheiße ist das. Ich weiß es auch nicht, Julia. Ja, naja. Ich weiß es auch nicht. So, aber am Flughafen, an einem Sonntag einkaufen ist doch schon geil, oder? Also ich meine, gut, wenn alles leergefegt ist, wie bei einer Zombie-Apokalypse, jetzt eher weniger, aber du fühlst dich so ein bisschen erhaben einfach. Weil du weißt, alle anderen können gerade nicht einkaufen, aber ich schon. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich bin da nur reingekommen und dachte so, Junge, wann haben die hier das letzte Mal die Regale aufgefüllt? 1999 oder was? Jetzt hat es geklingelt, ich kriege die Krise. Boah, also Leute. Ich lasse gleich aus. Ja, geh hin und ich erkläre den Leuten, was hier generell gerade los ist. Leute, wir mussten gerade eben schon mal unterbrechen. Vielleicht hat man das nicht gemerkt, aber meine Kamera überhitzt hier, weil es so unglaublich heiß ist. So, und jetzt hat Julia gerade mit irgendeinem fremden Mann geredet und hat gesagt, sie kann das machen. Ich hoffe, sie wurde nicht irgendwas Unangenehmes gefragt. Und du hast einfach so zugestimmt. Ey, ich bin sowieso so schlimm in solchen Situationen. Wenn mich jemand spontan was fragt, ich sage meistens einfach ja oder nichts, auch wenn ich mich gerade komplett ungerecht behandelt fühle. Das ist so dumm. Das müssen wir ändern. Ja, wirklich. Da habe ich auch noch eine Story zu, von Samstag sogar. Aber der hat mich gerade nur gefragt, ob ich die Blumen selber gießen kann. Weil ich bin halt so reingegangen und wollte ihn offensichtlich nicht reinlassen. Er stand da so mit einer Gießkanne und meinte dann so, die Blumen, die wollen Sie selber gießen? Ja. Hä, wo bist du denn, Julia? Bist du nicht in einem Hotelzimmer? Nee, ich bin in Bayerisch Zell wieder. Also ich bin gestern dann von München aus hierher gefahren, weil ich jetzt wieder beim Dreh bin zwei Wochen. Und ich bin hier in so einer Ferienwohnung, also in so einer Ferienwohnanlage, wo ganz viele Ferienwohnungen auf einem Fleck sind, wo wir alle immer wohnen. Und hier sind so Blumenkästen an unserem süßen Balkon. Und die müssen halt begossen werden. Aha. Aber das, was ich gerade meinte, warte, waren wir gerade bei einem anderen Thema? Wir waren gerade bei Zombie-Apokalypse-Flughafen. Boah, ist das eine chaotische Folge, Leute. Oh mein Gott. Du hast jetzt mal ganz kurz den Gedanken von eben zu Ende zu führen. Ich musste gerade die Aufnahme abbrechen, weil meine Kamera überhitzt ist. Und das könnte jetzt auch gleich wieder passieren, Leute. Eventuell wird das ganz, ganz schlimm hier heute. Aber okay, zurück zum Supermarkt im Flughafen. Was war es denn für einer? Eine Rewe bestimmt, ne? Nee, war ein Edeka. Ui, ein Edeka gibt es an Flughäfen? Habe ich noch nie gesehen. Ja, in München schon. Auch ein echt großer. Aber bringt halt auch nichts, wenn nicht mal mehr Toast da ist. Es gab auch keine gesalzene Butter mehr. Es gab wirklich nur noch so drei Sorten von Käse. Obwohl da eigentlich zwölf Fächer für verschiedene Sorten von Käse war. Also es war ganz verrückt. Da muss man sich auch mal vorstellen, dass die Lieferketten wahrscheinlich so richtig, die sind so, die brauchst du jeden Tag, damit das auch immer voll ist. Weil Sonntag kommt ja nichts an. Und schon ist das ganze Ding leergefickt, musst du dir mal vorstellen. Das ist schon krass. Ich glaube, das ist halt auch wirklich das Ding, dass die einfach am Wochenende die Regale nicht auffüllen. Ja. Sondern halt nur unter der Woche. Und Samstag, wenn es das letzte Mal Samstagmorgen gemacht wird, Flughafen ist ja voll der Verkehr. Da gehen ja tausend Leute einkaufen. Und das Gemüse zum Beispiel, da war nichts mehr. Da waren noch so drei Möhren. Ja, krass. Wir wollten gestern Abend auch noch, weil wir uns spontan entschlossen haben zu grillen, und ich noch so einen Salat machen wollte. Wir wollten auch irgendwie an die Tanke, weil da gibt es ja auch so Rewe to go und sowas. Aber da war auch nichts mit Salat. Mussten wir uns dann, Feta-Käse und Oliven gab es noch. Boah, super. Haben wir so einen schönen Salat daraus gezaubert. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin ja froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das an einem Sonntag irgendwie zu machen in so größeren Städten. Das ist ja ganz cool, dass es überhaupt irgendwie geht. Das ist ja, sonst hätten wir gar nichts, ne? Besser als nix. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich wäre immer noch dafür, wenn es das so ein bisschen flächendeckende geht. Ich wäre auch immer noch dafür, aber naja, da haben wir ja letztens mal nicht so gutes Feedback bekommen. Dementsprechend bin ich jetzt mal nicht so undankbar. Wollt ihr nicht wieder so einen Streit hier triggern, ne? Ja, nee, lassen wir jetzt einfach. Aber apropos dieses Thema, was ich vorhin meinte, dass ich gemerkt habe, dass ich in so Stresssituationen einfach immer den Leuten in der Nase nachrede und mich nicht beschwere und nicht für mich einstehe. Das regt mich richtig auf, aber das ist gar nicht, weil ich mich nicht traue, sondern weil ich einfach dumm bin, ganz oft auch. Perfekt. Ich kann einfach nicht nachdenken dann. Zum Beispiel, wir waren auf dem Weg nach München und da sind wir bei Starbucks gehalten. Und dann habe ich ein Eist Cappuccino bestellt. Mhm, finde ich gut. Also du kannst ja normalerweise einfach jedes Kaffeegetränk auch Eist bestellen. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich bestelle immer nur eine Cold Brew, wenn ich was Kaltes haben will. Nee, du kannst auch ein Eist Latte und sowas bestellen. So Eist Caramel Mercado, diese ganze Kacke, die es da gibt. Und ich habe das letztens, das erste Mal ausprobiert, ob ich auch ein Eist Cappuccino bestellen kann. Weil warum nicht? Ist ja total bescheuert, wenn nicht. Und das ging jedes Mal. Und dann meinte der jetzt zu mir, sorry, das fühlen wir nicht. Und dann war ich so, okay, dann nehme ich ein Eist Latte. Weil ich wusste, dass das geht. Und danach dachte ich mir so, wirklich, also so 30 Sekunden danach, nachdem ich bezahlt habe, war ich so, hä, warum geht das nicht? Du musst doch einfach ein Cappuccino machen und da Eis reinfüllen. Ist das ja so einfach? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ein Eist, weil ein Cold Brew ist ja ein komplett anderes Getränk. Das machst, das stellst du ja ganz anders her. Ja. Aber wenn du jetzt ein Eist Cappuccino bestellst, machen die dann wirklich einen ganz normalen Cappuccino und dann schmeißen die jetzt einfach in einen Behälter mit Eiswürfeln und dann war's das? Ja. Oder sind das vielleicht auch so präparierte Dinger, die die schon bei denen im Kühlschrank stehen haben und die sind schon so vorgefertigt, weißt du? Nein, ich bestell ja keinen Cold Brew. Okay. Weil der Cold Brew, der kommt ja bei denen aus dem Kühlschrank. Das kann man ja beobachten. Naja, der muss ja logischerweise vorgemacht werden, weil Cold Brew, der wird ja kalt. Der zieht über viele Stunden, ja. Genau, der zieht über viele Stunden, deswegen geht das ja gar nicht, das frisch zu machen. Aber bei so einem Eislatte machen die auch einfach einen Espresso und kippen den da mit rein. Dann macht auch einfach mehr Kaffee und kippt den da mit rein. Und das haben die halt bis jetzt, die letzten Male, als ich das da bestellt habe, immer so gemacht. Und das ist ja kein Problem. Und jetzt ärgerst du dich, dass du nicht mit ihm diskutiert hast, oder was? Ja, ich hätte ja einfach, also das wäre ja, was heißt diskutiert? Ich hätte ja auch einfach nur sagen können, ja, aber ihr könnt doch einen normalen Cappuccino machen und dann einen Eiswürfel da mit reintun, oder nicht? Ja, aber offensichtlich war es da irgendein Typ, der sich irgendwie direkt angegriffen gefühlt hat, dass du irgendein Getränk bestellt hast, was anscheinend nicht viele bestellen und vielleicht nicht ganz so üblich ist. Nö, der hat sich nicht angegriffen gefühlt, der meinte einfach nur, sorry, das haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, aber das Ding ist, der hätte doch safe wieder irgendwas dagegen gesagt, hättest du jetzt gesagt, naja, aber sie können doch einfach jetzt ein Cappuccino machen und dann Eis reinfüllen. Da hätte er gesagt, also sie haben mir überhaupt nichts zu erklären hier, ich bin immer noch derjenige, der hier die Kaffees zubereitet, ja? Ja, also entweder wäre er so jemand gewesen oder er wäre so jemand gewesen und hätte gesagt, ah ja, gute Idee, okay, das mache ich Ihnen. Ja, aber so wie... Ich will jetzt nicht den Typen direkt judgen, vielleicht war der auch einfach nur zu blöd, um nachzudenken, dass man das ja auch so machen kann. Und alle anderen haben das dann einfach immer so gemacht. Ja, okay, das kann natürlich auch sein, aber es kam mir jetzt so deiner Erzählung nach eher so vor, als wäre er so ein Sassy-Typ gewesen, der eh einen schlechten Tag hat. So wie meine Nettoverkäuferin letztens, die hier gesagt hat, ich soll doch mal bitte schneller einräumen. Ja, okay. Nee, ganz normal. Und deswegen, das ist ja das Ding, es ist so bescheuert, weil ich hätte mich nicht mal irgendwie so einer Diskussion ausgesetzt, eventuell. Ja. Sondern ich hätte einfach nur das sagen müssen. Ja gut, aber da hast du in dem Moment einfach nicht drüber nach... Ich denke, du hast nicht drüber nachgedacht, dass es geht. Ich denke, du warst einfach zu blöd. Oder traust du dich nicht? Nein, guck, ich habe mir das schon, also so unterbewusst, glaube ich, ich habe mir das schon gedacht, so, hä, geht doch sonst immer. Ja. Aber habe einfach okay gesagt und danach war ich, da habe ich mir gedacht, warum habe ich jetzt nicht gesagt, dass er doch einfach Eiswürfel mit in den Cappuccino packen kann. Warum habe ich das jetzt nicht gesagt? Habe ich mir dann halt danach gesagt. Weil er ein weißer Zissmann war, der dir Angst gemacht hat, ne? Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Ich glaube sogar nicht. Aber was zur Hölle, Joey. Ja, keine Ahnung. Ich kriege vor manchen sehr männlich aussehenden Männern, habe ich auch ein bisschen Angst. Nö, ich hatte keine Angst. Ich bin einfach nur, ich weiß nicht, ich bin so dumm manchmal, dass ich dann einfach so ein kleines Mädchen bin, die sich nicht traut, was zu sagen. Ja gut, aber das hatte ich ja. In so dummen Situationen. Das hatte ich ja bei der Nettoverkäuferin-Situation quasi auch. Da war es ja auch so, die hat mich so angemotzt, so auf Einschlag und ich war noch so kurz, ich kam gerade aus dem Bett und war noch so halb verschlafen und konnte mit der Situation nicht umgehen. Und anstatt einfach dann zu sagen, hä, wieso? Verstehe gerade nicht ihr Problem, habe ich dann auch gesagt, ah ja, okay, ich verstehe und bin gegangen, wo ich mir auch dachte, das war jetzt ein schwacher Moment. Ja, sowas. Ja, sowas. Da denke ich dann so, nee. Aber guck mal, wenn das jetzt, ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber guck mal, wenn das jetzt immer passiert, dann solltest du sagen, okay, in Situationen, wo ich merke, so eigentlich so selbstbewusstseinsmäßig klappt gerade alles, dann solltest du dir vornehmen zu sagen, okay, nee, ich bleibe jetzt kurz stehen und überlege, wie ich das finde und dann rede ich vielleicht nochmal mit dem. So, und das quasi so challengen, aber ich finde es auch okay, wenn man einfach manchmal die Fresse hält und klein beigibt. Ja, aber dann habe ich nicht bekommen, was ich wollte. Ja, aber ganz ehrlich, schmeckst du jetzt einen Riesenunterschied zwischen einem Eist-Cappuccino und einem Eist-Latte Macchiato? Hä? Joey, das ist ein Riesenunterschied. Du bist doch hier unser Kaffee-Boy. Das ist ein Riesenunterschied. In Cappuccino ist viel mehr Kaffee und viel weniger Milch. In einem Eist-Latte, das schmeckt eigentlich fast nur nach Milch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt genau der Unterschied ist. Eigentlich ist, glaube ich, ein Cappuccino ein, ein, also ein Espresso und der Rest ist aufgefüllt mit Milch, aber ich weiß gar nicht, was... Nein, das ist der, das ist der Eist-Latte. Das ist der Latte Macchiato. Echt? Das ist ganz viel Milch und da kommt dann ein Schuss, also da kommt dann ein Espresso rein. Das ist ein Latte Macchiato. Und was ist dann ein Cappuccino? Ja, genau, also genau die, das Mengenverhältnis kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine normale Tasse Kaffee mit Milch, so mäßig. Halt anders und professioneller zubereitet, so. Ich weiß es jetzt nicht genau wie, aber ein Cappuccino ist für mich ein Kaffee mit Milch. Ja, okay. Muss ich mal in Erfahrung ziehen. Ich trinke doch den ganzen Scheiß nicht. Ich trinke doch immer meinen Flat White, weißt du? Ja, genau. Den machen wir auch zu Hause. Ich weiß. Aber du, das zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein Flat White haben wollen würdest, aber in Eis und er sagt, nee, gibt's nicht und dann macht er den Eist-Latte. Das schmeckt halt nach nix. Ja, verstehe. Ja, aber dann einfach mal ein anderes Getränk, Julia. Nimm doch einfach mal einen fucking Cold Brew und lass dir noch ein bisschen Milch reinmachen. Nein, ich will das aber nicht haben. Nein, ich möchte meinen Eist-Cappuccino. Ja, dann hast du eben den Salat. Dann kriegst du eben deinen Eist-Latte Macchiato. Und wenn du den Eist-Latte Macchiato könnte, dann würde ich den halt auch bekommen. Aber ich krieg's nicht hin, meine Fresse aufzumachen manchmal. Und das ärgert mich. Und deswegen muss ich jetzt lernen, meine Fresse aufzumachen. Ich finde, du solltest in diesen zwei Wochen, die du jetzt dort bist, solltest du nochmal zu Starbucks fahren, zu diesem Typen, den abpassen und nochmal dein Eist-Cappuccino bestellen. Und wenn er dann sagt, nee, führen wir immer noch nicht, dann sagst du das, was du sagen wolltest. Ja, ne? Ich fahre jetzt extra wieder, ja klar, zu dieser Raststätte fahre ich jetzt extra wieder und mache genau das. Und wenn er nicht da ist, dann fahre ich das nächste Mal nochmal hin. Ja, kommst du da eh nicht nochmal vorbei? Spätestens auf der Rückfahrt? Ja. Mach das mal. Nee, das ist ja dann die andere Seite. Oh. Na und? Du kommst ja wohl auf die andere Seite von der Raststätte. Ja, okay, ich mach's. Ja, gut. Das ist jetzt meine Challenge. Nächstes Mal ein Eist-Cappuccino bestellen und den auch bekommen. Ey, Julia, es ist so warm. Ich geh grad ein. Meine ganzen Beine sind so richtig nass schon. Ich bin so richtig am Ölen gerade. Es ist so eklig, weil es hier oben auch übelst aufheizt. Und ich hab jetzt auch das Fenster aufgemacht, weil ich dachte, sonst kommt nicht genügend frische Luft rein. Aber es sind jetzt schon 30 Grad. Und ich weiß nicht, ob eigentlich... Kein Leid. Oh, ich bin mir... Also es fühlt sich gerade richtig unangenehm an. Ich würde jetzt gerne abbrechen an dieser Stelle. Das ist so krass, weil hier unten, ich bin ja gerade in Bayern und hier sind so 18 Grad gerade. Also es ist wirklich, es scheint die Sonne, es ist super schön, wenn ich rausgucke, aber es ist einfach, also es ist schon frisch. Ja, wir waren hier gestern sogar im See baden. Fast schon. Und wir haben auch gestern gemerkt, dass Poppy auch richtig braun geworden ist. Ich wusste das gar nicht. Also es ist ja eigentlich irgendwie logisch, dass die Haut von Hunden auch dunkler wird, wenn die lange in der Sonne sind. Aber Poppy hat so einen richtig dunklen Arsch jetzt. So richtig braun geworden. Ah ja, okay, krass. Bei Poppy sieht man das wahrscheinlich, weil die so kurze Haare hat, ne? Ja, beziehungsweise das Fell wird ja auch wesentlich undichter zum Bauch hin und zum Arsch hin. Da hat die ja dann viel weniger Haare. Und deswegen ist da richtig viel Haut frei und da wird die halt auch richtig braun da unten. Aber wird das Fell von Hunden nicht normalerweise heller? Ja, ja, das Fell. Aber da unten ist so wenig Fell, dass mehr Haut als Fell da ist. Und deswegen sieht es dunkler aus. Ja, okay. Ja, krass. Ja, die gute braune. Ja, diese Bräunungsstreifen. So, Julia. Ich habe ein relativ großes Follow-up für dich. Oh, okay. Denn als allererstes müssen wir, glaube ich, mal ein paar Worte zu unserer Show, die in ungefähr drei Wochen stattfindet, verlieren. Wo wir uns immer noch keine Gedanken gemacht haben, meinst du? Ja, also Leute, es ist übrigens gerade Montag, der 12. Juni, halb zwölf. Und wir treffen uns nachher nochmal über FaceTime, um darüber zu reden, was überhaupt während dieses Live-Events stattfindet. Weil im Moment ist das noch ein großes Fragezeichen. Genau, wir planen dann später mal diese Show, für die ihr schon Tickets gekauft habt, die mittlerweile einfach sogar schon ausverkauft ist. Ja, das ist so krass. Innerhalb von ein paar Stunden ist es ausverkauft gewesen. Ja, das war total verrückt. Wenn man sich vorstellt, guck mal, ich bin um sieben Uhr aufgestanden an dem Morgen, an dem letzten Freitag und habe mal so geguckt. Und da waren so die ersten vier Reihen vorne, waren schon komplett weg. Die waren schon alle ausgebucht. Wo ich mir denke, krass, wann haben die Leute das gehört? Ja, das ist echt krass. Um sieben? Um null Uhr kommt es ja raus, die Folge immer. Und morgens um sieben waren die ersten vier Reihen schon weg und dann habe ich um zehn Uhr, das in meine Story gepostet und dann hat es nicht mehr lang gedauert und dann war das Ding ausverkauft. Das war so krass, damit hätte ich niemals gerechnet. Also Leute, vielen Dank, wir freuen uns so krass, dass ihr alle Bock habt auf diese Show und dass ihr euch so gefreut habt. Und es tut uns so leid, dass es so früh ausverkauft war, weil dadurch halt viele, die es später gehört haben, keine Chance mehr bekommen haben, Tickets zu holen. Aber wir wissen jetzt, dass ihr Bock drauf habt und eventuell machen wir ja irgendwann sowas nochmal und dann vielleicht auch nicht nur in Köln. Mal gucken. Vorausgesetzt, das wird kein absoluter Fail, Julia. Ganz genau. Also wir müssen erstmal gucken, wie das so wird, wie wir das auf die Reihe kriegen. Es kann halt auch sein, dass da wirklich so ganz, ganz viele wütende Menschen dann nach diesen anderthalb Stunden rausgehen, die sagen, dafür habe ich Geld bezahlt für diese Scheiße hier. Nein, 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 Joey. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hoffe ich zumindest. Ich werde jetzt einfach positiv denken, wir kriegen das schon irgendwie hin. Stell mal vor, wir sitzen dann wirklich vor diesen 800 Leuten, gucken da so in diese Menge und denken so, scheiße. Ich habe vergessen, was ich sagen soll. Hilfe. Vor allem, dann müssen wir ja, Julia, wir müssen ja auch noch lustig sein. Wir müssen nicht nur Wörter rauskriegen, die müssen auch noch witzig sein. Das ist voll schwierig. Naja, zur Not wird es so cringe, dass einfach alle so aus Mitleid lachen. Wir haben doch letzte Woche schon gesagt, bitte, egal was wir machen, lacht einfach. Tut uns den Gefallen. Ja, und deswegen. Ihr müsst dann mitmachen, Leute. Ja, aber deswegen. Wir müssen das alle zusammen schaffen. Deswegen werden wir dann aber safe auch gecancelt, Julia, weil wir dann so die cringen Podcaster sind, die sich irgendwie auf eine Bühne trauen und dann nichts können, so weißt du. Nee, komm, Joey, weißt du, die Leute, die kennen uns, die wissen, dass wir cringe sind. Ich glaube, da erwartet niemand was anderes. Ja, es wird schon cool. Nein, das wird super. Also ich will das jetzt auch nicht so runter machen. Wir werden uns da gleich was richtig Geiles fertig ausdenken und dann wird das ein super Abend. Ich freue mich wirklich ganz toll drauf. Guck mal, das Wichtigste ist, dass wir beide mega Bock drauf haben und ich freue mich unheimlich darauf und dass die Leute Bock drauf haben. Und ich glaube, dass beides gewährleistet, von daher kann es gar kein Fail werden. Aber es haben echt sehr, sehr viele Leute geschrieben, so, ja, warum an einem Montag? Warum nicht irgendwann, wenn irgendwie mehr Ferien sind, bla bla bla? Das ist doch voll schwierig, da irgendwie zu kommen und so weiter. Warum nur in Köln? Und Leute, das Ding ist halt, das war so spontan alles, dass wir, also theoretisch hätten wir es auch am liebsten direkt zu unserem Geburtstag am 1. Juli gemacht, weil am 1. Juli 2022 kam unsere erste Folge raus. Aber es ist gar nicht so einfach, da irgendwie eine Location zu finden, so kurzfristig. Genau, und das wäre ein Samstag gewesen und das wäre perfekt gewesen, aber es war wirklich so spontan, Leute, dass wir keine vernünftige Halle, die für uns passend war, gefunden haben, die an diesem Datum noch verfügbar war. Es gab keine Halle, die in Köln oder Umgebung oder so war. Und dadurch, dass wir gedacht haben, okay, wir wollen so eine Party mit euch feiern, dass wir ein Jahr alt geworden sind, haben wir gedacht, okay, wir machen das in unserer Umgebung. Und wir dachten, Montag ist okay, weil da sind Ferien in NRW. Und wir haben einfach nicht darüber nachgedacht, dass wirklich Leute von euch es überhaupt in Erwägung ziehen, weiter für uns zu reisen als irgendwie, also als in diesem Feriengebiet, da wo die Leute Ferien haben in NRW. Weil, ey, mir haben Leute geschrieben, dass die teilweise aus Österreich oder so angereist kommen extra. Joey, das ist halt Druck jetzt. Ja, das ist sehr, also wenn ich mir vorstelle, was die Leute alle auf sich nehmen, um diese anderthalb Stunden, die wir noch nicht mal kennen, sich anzuschauen. Ey, Joey, das dürfen wir eigentlich gar nicht erzählen, das ist so peinlich, aber das wird klasse. Ja, hä, Julia, das ist nicht peinlich, sondern das ist einfach spontan. Wir haben ja jetzt noch drei Wochen Zeit. Und Relatable auch, ganz ehrlich. Relatable weiß ich jetzt nicht, aber es ist spontan. Ja, spontan. Okay, um die Torte wird sich gekümmert, Leute. Das ist jetzt alles in die Gänge geleitet. Das heißt, es wird ein Riesenfest mit ganz viel Buttercreme. Ich habe noch ein Update für dich, Julia. Und zwar, ich hatte dir das schon im Privaten erzählt, aber ich muss es jetzt einfach nochmal hier im Podcast erzählen. Ich bin noch Riesenfan von Mittendrin, Flughafen Frankfurt, ne? Ja, das ist diese Serie, von der er letztens erzählt hat, das ein liebster YouTube-Kanal ist. Ja, ja, genau. Und dieser vom hessischen Rundfunk. Und ich schwöre, ich habe heute Morgen erst beim Frühstück wieder eine Folge davon geguckt. Ich liebe das einfach komplett. Es ist immer so richtig so. Ich glaube, es gibt nichts. Es gibt keine so Dokumentation oder sowas, wo ich so gefesselt bin wie da. Du bist so ein Opa, wirklich. Das Geile ist aber auch, ich habe das in der Folge erzählt, dann kam die raus und irgendwie so drei Stunden später hat der hessische Rundfunk direkt kommentiert, so von wegen, Joey, du musst dich nicht dafür schämen, dass du unsere Sendung schaust, voll cool, weiter so. Wir sind total cool, Joey, du musst dich nicht schämen. Aber auch witzig. Also Joey hatte einen richtig harten Fangirl-Moment, als das passiert ist. Ja, ja, hatte ich echt. Hat sich richtig gefreut. Und jetzt mal so ein offizieller Aufruf an den hessischen Rundfunk. Wollt ihr nicht mich mal einladen und irgendwie so eine Folge darüber machen, wie ich meinen ersten Business-Class-Flug mache? Oh mein Gott, du bist so ein kleiner Fuchs. Das ist ja wirklich nicht normal. Vor ein paar Folgen erzählt er noch, ich will irgendwann in meinem Leben mal Business-Class fliegen. Und jetzt, da sieht er direkt seine Chance. Jetzt geht's los. Kann man doch direkt so dokumentieren, wie es ist so. Das erste Mal Business-Class und dann nimmt man das komplett mit, dieses ganze Feeling da so. Und ich dokumentiere das alles und mache mal so richtig einen auf Reporter. Hätte ich voll Bock drauf. Das ist so selbstlos von dir, Joey, dass du den Leuten das zeigen willst. Also überhaupt nicht für deinen eigenen Vorteil, dass du mal Business-Class fliegen kannst. Überhaupt nicht. Also das ist wirklich total nett von dir. Voraussetzung ist, also der Flug muss schon lang sein. Also ich will jetzt nicht irgendwie Business-Class nach Malle fliegen oder sowas. Das lohnt sich ja nicht. Nee, das ist was, das lohnt sich nicht. Also es muss schon, muss schon ultra lang Strecke sein. Ultra lang Strecke? Wo willst du nehmen? Australien oder was? Ja, eher so Neuseeland noch. Vielleicht die Fiji's. Oh, okay. Hawaii, das fände ich auch echt toll. Okay, ja, können wir ja vielleicht, ich glaube, jetzt nach dieser Unterhaltung wirst du keinen Kommentar mehr bekommen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die hassen mich jetzt, aber ist egal. War auch nur, war auch nur halb ernst gemeint. Liebe Grüße, ich habe mich sehr über euren Kommentar gefreut. Ja, war aber schon auch ein bisschen ernst gemeint, Leute. Ja, natürlich. Also ich würde nicht Nein sagen, ne? Wer würde schon zu einem Business-Class-Flug Nein sagen? Nee, stimmt. Und dann das auch noch dokumentieren können für seine Lieblingsserie. Ja, genau. Perfekt. Einfach Traum. Ja. Wer weiß. Vielleicht werden Träume wahr. Eine kleine schlechte Nachricht habe ich immer noch für dich. Ich kämpfe immer noch mit meinem Piercing, Julia. Es hat sich übrigens letzte Woche gejährt, dass ich mein Nasenpiercing habe. Nicht dein Ernst. Ernst? Du hast jetzt ein Jahr Nasenpiercing-Problems? Ja, ein Jahr lang. Beziehungsweise, das ist ja jetzt schon das zweite Loch. Ich hatte ja, ich hatte das ja komplett rausgemacht und nochmal zuheilen lassen. Und jetzt bin ich ja schon seit vier Monaten im zweiten Loch. Klingt irgendwie auch ganz, ganz weird, was ich gerade erzählt habe. Ziemlich weird, ja. Aber ja, es ist immer noch ein Krampf. Ich hatte jetzt vor, für eine Woche war mal alles weg. Ich habe mich nicht mehr gefühlt, als müsste ich hier irgendwas machen. Und dann war ich bei meinen Eltern letzte Woche und bin baden gegangen und bin im Pool untergetaucht. Und seitdem ist wieder absolute Krise, Julia. Jeden Tag wird hier mehrfach desinfiziert, Teebaumöl benutzen. Lauter so eine Scheiße. Ich kann nicht mehr. Irgendwie nervig. Ich habe aber auch das Gefühl, das ist einfach, also ein abgeheiltes Piercing zu haben, was nicht am Ohrläppchen unten ist, ist einfach der krasseste Flex, den man haben kann. Weil ich hatte das jetzt letztens auch, wir haben ja uns zusammen dieses Piercing damals stechen lassen. Vor über einem Jahr. Vor über einem Jahr. Und ich hatte jetzt schon öfters den Moment, wo ich dachte, ach krass, jetzt ist es abgeheilt. Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt sieht es super aus, jetzt ist nichts mehr da und es passiert auch nichts mehr. Und dann war es auch immer so, zwei Wochen später war dann so eine riesen Alterblase da dran. Aber irgendwie ist das immer nur so phasenweise. Ich verstehe aber nicht, wie es möglich ist, dass sowas nicht mehr passiert. Ja, ich verstehe das auch nicht. Man sieht da manchmal so Leute, wo man sich denkt, als ob du für dieses scheiß Nasenpiercing ihr alles irgendwie richtig gemacht hast. Als ob du da drauf geachtet hast. Wieso hast du ein abgeheiltes Piercing und ich nicht, der sich die größte Mühe gibt? Aber ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, man gibt sich einfach ein bisschen zu viel Mühe. Und ich glaube, ab dem Punkt, wo es einem scheißegal ist und man sich so denkt, ja, dann faul doch raus aus meiner Nase. Weißt du, ich glaube, ab dem Punkt heizt es dann ab. Ich glaube, ab dem Punkt dann vielleicht auch nicht mehr, wenn man bereit dazu ist, dass es aus der Nase rausfault. Ja, es klingt auch so ekelhaft. Aber ja, vielleicht überflegst du es auch. Aber ganz ehrlich, es gibt ja auch so total viele, die können einfach solche komplizierteren Piercings nicht haben, weil der Körper das nicht annimmt oder das nicht will. Weil bei manchen heilt sowas super schnell ab und bei anderen überhaupt nicht. Niemals. Deswegen, keine Ahnung. Meine Piercerin hat auch beim letzten Mal zu mir gesagt, da war ich jetzt irgendwie, das war es auch schon wieder vier Wochen her, glaube ich, da hat sie zu mir gesagt, deine Nase ist eine übelste Zicke. Und es ist wahrscheinlich eines dieser Piercings, die für deinen Körper super schwer zu handeln sind. Ist wahrscheinlich einfach so. Ja, toll. War ja auch wieder klar, dass genau du dann die Zickennase hast, ne? Und Julia, ich war letzte Woche fast davor, mir spontan ein Septum stechen zu lassen. Sei froh, dass ich das gelassen habe. Ja, nee, Joey, das ist too much. Doch, das hätte auch cool ausgesehen. Ja, aber beides, ich weiß nicht, das finde ich immer so ein bisschen, das ist mir dann zu, also ich meine, sollen sie alle machen, was sie wollen, das ist ja alles in Ordnung, wenn es euch gefällt so. Aber ich finde, das sieht dann so unbalanced aus, weißt du? Ja, es ist aber, es ist Gewöhnungssache, glaube ich. Aber ich glaube, ich sehe mich damit irgendwie. Aber es wird einfach nichts. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, deswegen lasse ich es. Hä? Aber bei so einem Septum kannst du aber ja ein Fake-Septum reinmachen, das ist doch easy. Ja, aber das ist wie eine Fake-Brille, so eine Fensterglas-Brille, das macht man nicht, Julia. Das ist zu uncool. Hä? Kannst du machen, was du willst? Nee, weiß ich nicht, das fühle ich gar nicht. Hä? Du kannst doch ja wohl so einen kleinen Nasenring da reinmachen, wenn du es einfach ausprobieren willst. Ja, ausprobieren, aber als ob ich den dann auf Dauer da immer reinmache. Ja, manchmal, wenn du Bock drauf hast, mach doch. Nee, irgendwie will ich ja auch, dass das einmal durchgestochen wird und dass das dann auch einmal wehtut, so von wegen, ich habe das jetzt über mich ergehen lassen, damit ich das habe. Irgendwie finde ich das fail, wenn ich das so dranklipse, weißt du? Okay, meinst du, dann hast du es nicht verdient? Ja, irgendwie schon. Ich finde, das gehört zum Prozess dazu. Aber ja, wird nichts, mache ich nicht, fertig ist. Vielleicht lasse ich mir irgendwann nochmal so ein Ohrläppchen, einfach so, weißt du, so ein ganz normaler Ohrring. Da hätte ich vielleicht nochmal Lust drauf. Nee, dann mach lieber einen Simpsons. Oh, lass mich in Ruhe, Julia. Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht. Hä, ein fucking Ohrring? Jeder hat doch Ohrringe. Ja, das mag ich nicht. Ja, das mag ich nicht. Ja, Wolfgang ist genauso wie du, ey. Ihr solltet euch zusammentun und so eine Petition unterschreiben, das ist keine Piercing-Siegel. Guck mal, das würde eigentlich richtig gut zu unserer 10 von 10-Dings passen. Wenn der Typ eine 10 von 10 ist, aber ein Ohrloch hat, weiß ich nicht, da ist er direkt wieder... Hä, echt? Da ist direkt nur noch eine 6 oder eine 7 bei mir. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich mag das nicht. Du ziehst drei oder vier Punkte ab, weil er ein fucking Ohrloch hat, Julia? Ja, vom Aussehen her meine ich, so komplett oberflächlich. Krass. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das nicht. Aber es gibt ja also... Das ist so ein Störfaktor. Aber gut, es gibt ja auffällige Ohrringe und es gibt ja weniger auffällige. Aber jetzt zum Beispiel so dieser Ring, den ich auch gerade in meiner Nase habe. Wenn du den jetzt auch am Ohr hast, so einen ganz unscheinbaren kleinen Ring da, das findest du schon... Schrecklich. Echt? Geht gar nicht. Das ist ja verrückt. Oha, dann... Das finde ich mit am schlimmsten, diese kleinen Ringe. Finde ich mit am schlimmsten. Also ich meine, diese größeren, breiteren Ringe, die so der Ralle in der Kneipe drin hat, die sind natürlich auch, finde ich auch nicht schön. Aber ich bin ja auch so, ich finde ja auch Ketten und so so eklig, weißt du? Wenn ein Typ eine Kette trägt, ist bei mir das schon genau das Gleiche, da gehen die Alarmglocken einfach an. Das kann ich nicht anfassen. Aber so Ketten und so Ohrringe sind doch mega so Fuckboy-Indiz. Ja, vielleicht ist das auch mein... Weiß ich nicht, vielleicht habe ich dann Glück. Mein Körper, der stoßt Negatives direkt ab. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal deine Historie, deine Ex-Freunde mir so mal auf Instagram angucken. Aber ich wette, da war jemand dabei, der auch so ein Piercing und Ketten hatte. Nein, keiner von denen. Einer trägt jetzt eine Kette. Aber nicht zu meiner Zeit. Ja, okay. Okay, na gut. Aber also was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, sind, wenn du so richtig so dicke Klunker in deinen Ohren hast, weißt du? Also Ohrringe. So ein bisschen so Rapper-mäßig halt. So Diamanten-Dinge. Ja, genau. Ja, auch schrecklich. Das verstehe ich. Aber so ein Ring finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde, das sieht noch so ein bisschen alternativ aus und nicht so... Weißt du? Ja, tut's. Aber ich mag's einfach nicht. Das geht nicht. Das Ohrläppchen muss frei sein. Das Ohrläppchen muss frei sein. Okay, das merke ich mir. Ein guter Folgentitel. Hier hat das echt ein guter Folgentitel. Das Ohrläppchen muss frei sein. Ey, aber... Mal gucken. Aber diesen Ring, den ich hier oben im Ohr habe, dieser Helix, der ist okay oder was? Ja, den finde ich super. Den kann ich machen. Ja, den kannst du machen. Nur das Ohrläppchen muss frei sein. Ja, das Ohrläppchen muss frei sein. Der Rest ist mir tatsächlich egal. Also Helix finde ich gut, Nasenpiercer finde ich auch gut, alles andere vollkommen okay. Aber das Ohrläppchen muss frei sein. Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt kommen würde mit so einem Augenbrauen-Ding, so wie Bill Kaulitz? Ist mir auch noch egaler, ist mir tatsächlich noch egaler als ein Ohrläppchen, ein Ohrring. Du würdest an mir eher ein Augenbrauen-Piercing bevorzugen als ein ganz normaler Ohrring. Ja. Du hast sie doch nicht mehr alle. Obwohl meine Schwester zum Beispiel auch sagt, dass sie diese Augenbrauen-Piercings geil findet. Ich finde das ganz... Also, kommt auf den Typ natürlich an, aber ich finde, manche steht das. Krass. Kennst du jemanden? Hast du so ein Bild vor Augen gerade? Du musst mir mal Bilder schicken. Bei wem du findest, dass das gut aussieht? Naja, ich würde wahrscheinlich immer noch ohne bevorzugen, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. So bei Bill Kaulitz sieht er auch gut aus. Aber hat er das noch? Ich weiß gar nicht, ob er das noch hat. Ich glaube, das hat er nicht. Der hat nur so zwei Lippen-Piercings. Ja, genau. Rechts und links, glaube ich. Die sind ja eigentlich auch sehr unkonventionell, zumindest was derzeitige Mode angeht. Aber steht dem ja auch voll. Ja, das stimmt. Bei dem geht das. Der hat auch ein Septum. Und ich glaube, der hat auch keine Ohrringe. Doch, safe hat der Ohrringe. Glaube ich nicht. Oh, Julia, hör auf immer zu googeln während der Folge, das stresst mich richtig. Ja, nur weil ich mich jetzt ein bisschen weiter nach vorne lehne. Ja. Doch weg. Ja, aber ich fühle mich dann immer so unter Druck gesetzt, dass ich hier weiter unterhalten muss, weißt du? Ja, doch, der hat Ohrringe. Siehste, natürlich hat der Ohrringe. Aber der hat zwei. Der hat zwei und der macht dann da ja auch so richtige, so lange Ohrringe und sowas rein. Ja, aber ich könnte mir auch zwei machen. Nee. Okay. Also doch, du kannst machen, was du willst, aber ich bleibe jetzt, ich bleibe auf der Seite von Wolfgang und halte dich davon ab, weil ich verstehe seine Gefühle. Ja, ist okay, verstehe ich auch. Es muss ja nicht auch alles allen gefallen. Er kann sich auch von mir trennen, wenn er mich irgendwann nicht mehr schön findet, ne? Ja. Sobald du dir ein Ohrloch gestochen hast, kannst du ausziehen. So, tschüss. Okay, Julia, bist du ready für fünf knackige Fragen an Julia Beautix? Ich bin so unglaublich ready. Wir haben noch nie die Anzahl vorher gesagt. Boah, stimmt. Ja, Leute, falls euch das noch nie aufgefallen ist, es sind fünf. Okay, erste Frage ist völlig random. Kann auch sein, dass das jetzt übelst der Fail wird, dich das zu fragen, weil du gar keinen Plan hast. Aber ich war ja letzte Woche bei meinen Eltern und ich war sehr, sehr viel spazieren, unter anderem auch ein paar Mal mit meinem Papa. Und mein Papa ist ja Landwirt, also quasi umgangssprachlich Bauer. Und der ist natürlich sehr, sehr naturverbunden und der legt auch sehr viel Wert darauf, dass ich alle Baumarten bei uns im Garten kenne und so weiter. Und glücklicherweise interessiere ich mich, ich weiß nicht warum, aber seit geraumer Zeit interessiere ich mich auch dafür, welcher Baum wie aussieht und deswegen kenne ich mich halt auch ganz gut aus. Die Frage ist jetzt aber, kennst du dich mit Baumarten aus? Denn die Frage lautet, wie viele Baumarten kannst du aufzählen? Boah, Joey, ich hasse dich so sehr. Da willst du mich gerade verarschen. Ja, ich muss, mir ist das sofort als Frage eingefallen, weil ich so dachte, boah, krass, irgendwie kennst du dich echt gut aus, was Bäume angeht. So, ich kann jeden einzelnen Baum hier bestimmen. Aber wie ist das mit Julia? Das wäre eine witzige, knackige Frage. Sorry, Joey, aber seit wann machen wir hier denn so Quizfragen, wo wir das Wissen von dem anderen testen und Leute hier bloßstellen? Das wusste ich aber noch nicht. Ey, komm, Julia. Also Baumarten, ich glaube, die wenigsten unserer Zuschauer sind jetzt so richtige Baum-Spezialisten. Aber ich finde, wir könnten das so machen wie bei, wie heißt denn das, diese Show von Joko. Oh, wo jeder eins sagen muss und der, der als erstes keins mehr weiß? Nee, nee. Wer steht mir, die Show heißt die Show von ihm. Und da gibt es ein so ein Format, wo es quasi so eine Versteigerung ist und du musst höher bieten. Und da geht es um so, doch, da gibt es zum Beispiel auch so Kategorien wie, Julia, da gibt es so Kategorien wie Baumarten oder, keine Ahnung, was gab es noch, Edelsteine oder Britney Spears Songs oder sowas. So, und dann musst du halt, ähm, musst du halt mit der Zahl immer höher gehen, wie viele du davon aufzählen kannst. So, und jetzt frage ich dich, Baumarten, wie viele kannst du aufzählen, Julia? Boah, ich habe keine Ahnung, wie viele ich aufzählen kann. Aber wollen wir das nicht lieber so machen, dass jeder von uns immer eine Baumart sagen muss? Nee, nein, das ist eine Frage an dich, Julia, ich will dich testen. Aber das ist ein cooles Spiel. Du weißt doch eh, dass du danach wieder... Ich meine, das ist überhaupt kein cooles Spiel, wenn wir uns hier Baumarten gegen das Gesicht werfen. Okay, also ich kann bestimmt sieben, mindestens. Sieben? Nur? Ja, ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts ein, das ist gerade eine Drucksituation für mich, okay? Also, lass mich schon ruhig. Nee, warte, warte. Warte, ich will auch, ich will auch, ähm, ich will auch bieten, ich sag, ich kann 15. Ja, super. Aber, ja, da muss ich jetzt anfangen, oder was? Ja, du musst jetzt erst mal deine Sieben raushauen. Oh, Joey, warte, okay, also. Ich, scheiße! Birke, Kastanie, Esche, Tanne. Gibt es nicht mehrere Tannen? Ja, aber lass mal mal eine Tanne zählen. Ja, okay, eine Tanne. Was habe ich denn jetzt schon alles gesagt? Buche gibt es noch. Ist das eine Fünf, oder? Ja. Dann gibt es noch... An welchem Baum ist denn eine Haselnuss dran? An einem Haselnussbaum. Ehrlich jetzt? Ja, ich glaube, es heißt einfach... Ja, ja, okay, dann kann ich auch sagen, Mangobaum gibt es auch. Ja, gibt es auch. Ja, natürlich gibt es einen Mangobaum. Eiche. Ja, siehst du, du hast schon acht. Du hast schon acht, Julia. Hast dich komplett unterschätzt. Ja, ja, ich kann bestimmt noch mehr, aber das ist jetzt gerade auch irgendwie so ein bisschen... Es fällt mir gerade halt nicht ein. Was hast du denn? Buche, habe ich schon gesagt. Ja. Ey, safe könnte ich 25. Ich gehe auf 25. Ja, okay, dann mach du weiter. Okay, es gibt eine Eiche, es gibt noch eine Avocado. Es gibt eine Fichte. Fichte, stimmt. Ja, es heißt ja nicht nur, die hier in unseren Gefilden wachsen. Es gibt ja Bäume überall. Es gibt einen guten Mammutbaum. Obwohl, nee, sonst kann ich auch nicht... Ja, das muss ich auch überlegen. Ja, so aus dem Nichts ist das auch schwierig. Ich finde, dass es ein krasserer Skill ist, vorne im Baum zu stehen und zu sagen, was für einer der ist. Ja, 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 das kann ich. Ich finde das aber einfacher, weil da musst du dir nicht so... Jetzt habe ich ja gerade gar keine Bilder vor Augen. Ja, finde ich überhaupt nicht einfacher. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht sagen, welcher Baum eine Eiche ist. Doch, na klar, weißt du, wie eine Eiche aussieht, Julia. Du weißt doch, wie Eichenblätter aussehen. Das lernt man doch in der Schule. Ja, nee, eben nicht. Das habe ich halt vergessen. Ich kann dir... Also, ich weiß auf jeden Fall, ich kann dir eine Birke zeigen. Ich kann dir auch eine Tanne zeigen. Ich kann dir eine Buche zeigen. Eine Ahorn kriegst du bestimmt auch hin. Ja, Ahorn kriege ich hin. Es gibt noch eine Walnuss. Es gibt ja ganz viele Nussbäume. Ja, das kann ich alles nicht. Du glaubst, eine Macadamianus. Ja, keine Ahnung, wie die Blätter davon aussehen. Eine Kastanienbaum kriege ich dir auch zeigen. Eine Esche. Esche ist super schön, Julia. Ja, weiß ich nicht, welcher Baum eine Esche ist. Weiden gibt es noch. Hier ist auch direkt vor meiner Nase auch ein Baum. Kein Plan, was das für ein Baum ist. Das ist ein Baum. Ich finde, wir sollten wieder zurück zu den Bäumen finden irgendwie. Ich finde es voll wichtig, dass man weiß, welcher Baum wie ist. Weil das ist eigentlich voll... Also, wichtig ist es nicht, aber ich finde es auch cool, das zu wissen. Linden gibt es noch. Eine Linde. Eine Linde, ja. Linden haben herzförmige Blätter. Herzförmig. Ach, wie schön. Eine Efeu gibt es auch. Aber es ist ein Baum. Efeu ist kein Baum. Nee, stimmt. Efeu ist an Bäumen. Der wächst den Stamm hoch, ja. Ah, scheiße. Efeu gibt es auch. Egal. Peinlich. Lass mich in Ruhe. Das ist überhaupt nicht peinlich. Ja, aber ich glaube, die meisten können eher mit dir relaten als mit mir. Aber Leute, lernt mal ein bisschen Baumkunde. Baumkunde ist voll gut. Es ist so schön, einfach durch unsere Natur zu laufen und sich die Bäume anzuschauen, wie die so wachsen und sowas. Es gibt so viele Bäume, die unterschiedlich wachsen. Sollte man mehr machen. Okay, Julia, zweite Frage. Wenn du nach Hause kommst, bleibst du eher in deinen Sachen oder wechselst du direkt in etwas Bequemes? Ich weiß, wir haben da vorher schon mal drüber geredet, weil wir über deine Schwester geredet haben, dass die direkt irgendwas richtig krass Bequemes anzieht. Aber es gibt ja wirklich so diese Leute, zum Beispiel Wolfgang, der kommt nach Hause, zieht sofort seine Hose aus und setzt sich irgendwo hin im Schlüpper. So. Und ich bin zum Beispiel das Gegenteil. Ich gehe nach Hause und bis ich dazu komme, mich auszuziehen, das ist schon Stunden später. Bis ich dann auch mal bemerke, oh, das ist eigentlich nicht so bequem, wie wenn ich jetzt eine kurze Hose anhätte oder irgendwie sowas. Same, ich bin genauso wie du, ich bin exakt genauso wie du und weißt du, ich setze noch einen drauf, ich vergesse auch manchmal meine Schuhe auszuziehen. Für eine gute Stunde. Ja, das kann ich gar nicht relaten. Also Schuhe ziehe ich schon immer aus. Das passiert mir. Wenn ich irgendwie mit, keine Ahnung, ob ich mit Einkäufen nach Hause komme oder irgendwas in der Hand habe, was ich so irgendwo abstellen muss und dann laufe ich einmal mit dem Schuh in die Küche rein, dann bleibt er halt an, weil ab da habe ich es halt vergessen. Ja, okay, weil du dann eh schon so diese magische Schwelle überschritten hast von wegen, Schuhe müssen eigentlich ausgezogen werden in der Wohnung und dann ist egal. Genau. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn. Außer Matthias steht daneben, der fängt sofort an zu meckern. Da müssen die Schuhe aber aus. Kann ich auch verstehen. Aber ich, ja, ich bekenne mich halt schuldig. Wie oft wischst du deinen Boden? Jetzt mal ganz realistisch. Boah, Jerry, das kann man gar nicht sagen. Hast du deinen Boden schon mal gewischt? Ja. In Mainz, jetzt seitdem du dort wohnst? Ja. Aber fangst du ja. Ja, ich habe doch so einen, ich habe einen Staubsaugerroboter, der gleichzeitig auch ein Wischer ist. Oh mein Gott, echt? Ja, wenn ich den fahren lasse, dann wischt der auch automatisch. Also schon öfters tatsächlich. Ich habe aber, honestly, noch nie den Boden selber gewischt. Ich habe das immer nur den Roboter machen lassen. Noch nie mit so einem Mop so richtig? Nee, noch nie so richtig. Aber das funktioniert halt so gut, dass es halt auch noch nie nötig war. Der kommt halt nicht in die krassesten Ecken, aber die sehen eigentlich gut aus. Das ist krass. Ich finde auch so wischen, ich hätte es gern, dass einmal die Woche bei mir gewischt wird. Aber selber kriege ich mich nicht dazu. Ich habe aber auch keinen Hund oder so. Ich bin die Einzige, die da mit Schuhen rumläuft. Und die sind meistens sauber. Ja, aber es kommt ja schon ab und... Weil ein Hund halt auch mit Schuhen rumläuft. Aber es kommt ja dann doch ab und zu mal vor, dass man, selbst wenn man eigentlich Gegner von Schuhen in der Wohnung ist, dass man dann doch mal mit Schuhen reinlatscht. Wenn man irgendwie die schon anhat und dann ist man schon draußen und denkt, ah fuck, jetzt habe ich was vergessen. Und dann muss man nochmal in die hinterste Ecke vom Wohnzimmer, um da irgendwas zu holen. Und dann zieht man ja nicht die Schuhe aus. Also auf gar keinen Fall ziehe ich da die Schuhe aus. Da bin ich aber die Letzte. Aber es ist so, das tut mir dann richtig weh. Es ist so, als würde mir jemand so ins... Irgendwo, als würde mir jemand so oberflächlich wehtun. Weißt du, wie so ein Stich irgendwo. Oder so ein... Als würde mich jemand schneiden oder sowas. Das ist richtig so... Echt? Ah, ich kann doch jetzt nicht mit Schuhen da rein. Ne, das ist mir so egal. Doch, wie so ein kleiner Box in die Magengrube. Im Winter, wenn die Schuhe nass sind oder so, dann mache ich das natürlich auch nicht. Aber wenn es trocken draußen ist und dann nichts war, dann laufe ich den ganzen Tag mit Schuhen durch die Bude. Ja, nee, meine ich. So eine bin ich. Das Einzige, und das ist übelst dumm, Julia, das Einzige, wo ich da komplett drauf scheiße, ist, also ich ziehe ja auch zu Hause oft Birkenstocks an, ne? Also so als Hausschuhe mäßig. Ich habe aber keine Birkenstocks, die ich für drin anziehe und dann irgendwelche anderen, die ich nur für draußen anziehe, sondern ich ziehe die für drin auch draußen an und dann lade ich einfach von draußen rein und da habe ich auch überhaupt kein Problem. Da laufe ich auch über den Teppich und überall, wo ich mir denke, das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Joey, das Ding ist, ich bin manchmal sogar das Level faul, dass wenn ich draußen irgendwie was in den Müll schmeißen muss oder so, dann laufe ich halt auch manchmal auf Socken einfach raus. Ist mir scheißegal. Ja, passiert auch ab und zu mal bei mir. Das Gute ist jetzt, ich trage jetzt quasi gar keine Socken mehr für die nächsten drei Monate, weil ich einfach nur noch in Birkenstocks oder barfuß laufe, weil ich es einfach nur liebe, barfuß zu laufen. Ich bin auch gestern, als wir am See waren, ich bin barfuß zurückgelaufen, weil ich mir dachte, nö, lohnt es sich jetzt nicht mehr, diese ollen Turnschuhe reinzuquetschen, so halb nass. Und dann bin ich einfach so durch den Wald barfuß gelaufen. Durch den Wald? Bist du verrückt? Durch den Wald, ja. Auch über Stock und Stein. Nee, an solchen Stein bin ich dann wieder raus. Da bin ich dann wieder raus, weil da gucke ich dann wirklich die ganze Zeit auf den Boden, ob ich auf irgendeine Scheiße drauf trete. Ja, da bin ich die kleine Ängstliche. Ja, da musst du ja auch auf den Boden gucken, weil wenn du auch auf dem spitzen Stein läufst, dann tut es halt weh. Also du musst schon gucken, wo du hinlatschst. Aber wenn du das machst, ist das doch super. Ja, aber dann muss ich ja die ganze Zeit auf den Boden glotzen, da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Jeden Schritt beobachten, da kann ich ja gar nicht die ganzen schönen Bäume im Wald betrachten und gucken, welcher Baum welcher ist. Ja, jetzt verwendest du wieder meine eigenen Waffen gegen mich, ne? Ja, und ich bin halt auch ein bisschen vorgeschädigt. Ich bin ja mal auf einer Wiese in eine kranke Biene getreten und hatte dann eine Blutvergiftung davon. In eine kranke Biene? Ach, also die Biene war krank oder war sie so krank groß? So krank krass. Die Biene war krank oder also angeblich, das hat der Arzt gesagt, entweder war die Biene halt krank oder war vorher irgendwie auf einem Müllhaufen oder so. Also auf so einem Bio-Komposthaufen und hat sich halt irgendwie was da geholt und mir hat da reingeschossen. Julia, dieser Arzt hat nicht zu dir gesagt, dass diese Biene krank ist. Du kannst doch nicht bei einem Tier sagen, was wie eine Biene ist, dass es krank ist. Also krank klingt ja wie erkältet oder so. Hä, doch! So schnupfen. Willst du mich ver... Oh, Joey! Ja, du meinst halt krank im Sinne von, die hat irgendwie... Die hat eine Infektion oder sowas. Ja, das ist doch krank sein. Ja, aber nee, krank ist so Bauchschmerzen. Ja, ich bin krank. Ich bin ganz arm. Okay, also wenn du jetzt irgendwie einen fetten Erreger hast oder einen fetten Virus, dann sagst du nicht, du bist krank? Nee, dann sag ich schon eher so, ich hab einen fetten Virus. Ich bin so das... Also das ist nochmal so eine Steigerung von krank für mich. Weißt du, krank ist für mich so dieses... Dieses Jahr, ich muss heute leider zu Hause bleiben und kann nicht zur Schule gehen mäßig. Ich hab eine kleine Männergrippe. Ja, genau, eine Grippe, Erkältung, Bauchschmerzen, auch so ein Magen-Darm-Infekt, das ist für mich auch noch krank. Aber so, wenn du jetzt sowas richtig Schlimmes hast und dann sogar in die Notaufnahme musst, dann bist du nicht mehr krank. Dann bist du halt so richtig... Ja, krank. So richtig krank bist du dann. Nee, nicht krank. Du hast halt einen Infekt oder eine schwere Entzündung oder irgendwie sowas. Irgendwie so, dann sagt man den Begriff der eigentlichen Krankheit schon, weißt du? Ja, okay, verstehe ich. Aber der konnte diese Biene halt leider nicht inspizieren und ihr eine Diagnose geben. Deswegen hat er halt gesagt, die Biene war krank. Ja, ist schon okay. Aber irgendwie klingt das weird, wenn so ein Arzt zu dir sagt, du bist in eine kranke Biene gelaufen. Deswegen hast du jetzt eine Blut... Hattest du eine Blutvergiftung? Ja, also den Anfang von einer Blutvergiftung hatte ich. Heftig. Also ist das schon so, hast man das schon von der Wunde aus gesehen, dass dieses Blut da so, dass da so eine Bahn läuft quasi Richtung Herz? Nee, das ist genau das Ding. Die Bahn hat sich noch nicht gebildet, aber es war so ein richtig großer Kreis um den Stich rum und der war außen rot und innen weiß. Also das ist so quasi der Start davon. Und dann würde das halt langsam losgehen, dass sich die Blutbahn da, also dass man das von außen sieht, dass das nach oben zieht. Aber das ist noch nicht passiert. Ich bin früh genug zum Arzt gegangen. Da war mein ganzer Urlaub im Arsch. Wo war das? Ich habe einen Tag, bevor wir an die Nordsee gefahren sind, ist das passiert und ich musste dann Antibiotikum nehmen und den ganzen Urlaub drin verbringen. Ich durfte nicht rausgehen, weil ich durfte nicht in die Sonne. Boah, wie scheiße ist das denn? Ja, das war richtig für den Arsch. Und es war so heiß. Und das ist auch selten an der Nordsee. Ja, aber es war wirklich heiß da. Und ich habe mir so einen abgefuckt, weil dieses Haus, was wir hatten, auch keine Klimaanlage hat. Es war einfach, es war schlimm. Es war nicht schön. Krass. Und dann war ich auch noch gegen dieses Antibiotikum allergisch und musste richtig oft kotzen. Das war alles scheiße. Oha, krass. Ja. Bei starken Antibiotika ist das doch eigentlich so, dass man da so Magenprobleme kriegt. Ich hatte mal einen richtig heftigen Durchfall bei Antibiotika. Und dann musste ich dann auch so ein Mittel nehmen, das meine Magenschleimhaut irgendwie so unterstützt, weil das Antibiotika alle möglichen Darmbakterien und sowas abgetötet hat, weil das so richtig die heftigen waren. Und da saß ich schon ein paar Tage auf der Schüssel, das sah ich dir. Nee, das hatte ich noch nicht. Ich musste nur alles wieder auskotzen. Krass. Okay, also um nochmal zum Thema Sachen ausziehen, wenn man nach Hause kommt, zurückzufinden. Da, wo, was ich wirklich als aller, allererstes mache, also jeglicher Ausnahme ausgeschlossen, ist Kontaktlinsen rausmachen. Wenn ich nach Hause komme, das allererste, was ich mache, ich renne ins Bad und mache diese scheiß Linsen raus, weil auf einen Schlag nerven sie mich zu Tode und ich kann sie nicht eine Sekunde länger tragen. Und davor nerven sie dich aber nicht? Davor bist du wahrscheinlich froh, dass du sie hast, weil du dann kochen kannst. Genau, dann brauche ich sie quasi und zu Hause ist mir egal, wie ich aussehe, dann ziehe ich dann lieber die Brille an, weil die ist wesentlich angenehmer zu tragen und dann kommen die Kontaktlinsen raus. Krass. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es daran liegt, also Kontaktlinsen, also die brauche ich ja in der Ferne, wenn ich in die Ferne gucke, weil in der Ferne sehe ich alles unscharf und draußen ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du weit schaust, viel höher, deswegen nerven sie da nicht so. Aber drinnen im Haus guckst du ja nie wirklich weit. Da ist ja alles relativ nah an dir dran und dann, ich glaube, dann checke ich auch irgendwie einfach, dass es unnötig ist, diese Dinger weiter drin zu haben und dann, dadurch stören sie mich dann. So, weißt du? Ja, okay. Ja, da weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe, meine Augen können gucken. Was? Meine Augen können gucken. Ja. Meine Augen können auch gucken, halt nur nicht so gut. Ja. Okay. Okay. Wenn du eine Brille hättest, äh, Quatsch, wenn du eine Sehschwäche hättest, würdest du eher so die Brillen tragen oder eher Kontaktlinsen? Wärst du so die Eitle wie ich oder schon so? Boah, kann ich dir wirklich gar nicht sagen. Also, ich glaube, dass es, ähm, ich habe ja auch so eine Blaufilterbrille und manchmal trage ich die gerne, weil ich finde, dass es gut aussieht. Also, ich mag manchmal, wie ich mit einer Brille aussehe, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie das im Alltag ist, ob das nervig ist. Ich glaube, mich würde eine Brille irgendwann übel nerven oder vielleicht auch überhaupt nicht, weil ich super dran gewöhnt bin. Keine Ahnung. Ja, das ist nämlich das Ding. Also, ich finde mich eigentlich ganz schön auch mit Brille. Ich finde, das sieht auch cool aus tatsächlich manchmal, aber geh mal ins Fitnessstudio mit Brille. Das ist einfach unglaublich nervig. Ja, stimmt, solche Sachen sind kacke, aber ich glaube, so im Alltag würde ich auf jeden Fall eher meine Brille tragen, weil mich eine Kontaktlinse wahrscheinlich mehr abfacken würde, weil wenn man das die ganze Zeit spürt, wie das so im Auge ist, kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht, vielleicht vergisst man es irgendwann. Ich habe nur mal so Farbi-Kontaktlinsen an Halloween drin gehabt und auf der einen Seite war es mega, habe ich überhaupt nicht gemerkt, aber die andere Seite war halt die größte Scheißkacke der Welt und es hat mich so abgefuckt, dass ich gedacht habe, ich werde nie wieder Kontaktlinsen tragen. Ja, normalerweise vergisst man das dann. Also, man merkt die natürlich, wenn man die reinmacht und dann, wenn man sie kurz vor ihm rausmacht, merkt man sie auch wieder, aber so im Alltag vergisst man es dann, wenn man gerade unterwegs ist oder sowas, aber es ist irgendwie, wenn ich nach Hause komme, will ich die Dinger nicht mehr haben. Ja, okay, nee, dann würde ich wahrscheinlich schon Kontakt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich mir einfach die Augen lade anlassen. Ich nicht. Ja, ich weiß. Okay, Julia, nächste Frage. Hast du in Deutschland schon mal im Restaurant Leitungswasser bestellt? Weil im Ausland ist das ja, also zumindest in vielen Ländern im Ausland ist das überhaupt gar kein Thema, da kriegt man meistens sogar schon einfach so eine Karaffe auf den Tisch gestellt, wenn man, wenn man dorthin geht, zum Beispiel in den USA oder Australien. Das ist so geil, ja. Ja, oder auch in UK kriegst du das ja auch und ich glaube sogar in Spanien, also überall da, wo du mal ein Leitungswasser ohne Probleme trinken kannst. Überall, außer bei uns also. Ja, und in Deutschland ist das ein Riesenthema. Ich traue es mir nicht, seit, also seit 28 Jahren habe ich es mir nicht getraut, in Deutschland einfach nach so einer Kanne Leitungswasser zu fragen, obwohl wir in Deutschland ja so ziemlich das beste Leitungswasser haben, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also das Leitungswasser ist ja nachgewiesen besser als das, was man sich an stillem Wasser kaufen kann sogar. Ja, das stimmt. Warum ist es dann in Deutschland kein Thema, einfach Leitungswasser in einem Restaurant zu trinken? So, weißt du, guck mal, du kannst ja trotzdem deine Limonade oder deinen Wein oder was auch immer du willst kaufen, aber so dieses Grundhydriertsein kommt dann eben durch das Leitungswasser. Ich finde das total legitim. Ja, ich dachte immer, dass das so ist, weil Leitungswasser kriegst du ja meistens umsonst dazu. Wo? Oder nicht? Also jetzt im Ausland, meinst du? Ja, ja, genau. Das kommt ja, das kriegst du ja einfach immer umsonst dazu und ich glaube, dass in Deutschland das vielleicht so ist, dass die meisten Leute dann sich nichts mehr bestellen würden und dann machen die das einfach nicht, weißt du, dass du halt, dass du mehr Geld ausgibst. Meinst du, die Deutschen sind so geizig, dass sie dann einfach sagen, nö, ich habe ja jetzt Leitungswasser, brauche ich keine Cola mehr? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist das ein Grund. Aber ich weiß es auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich wäre halt teilweise, glaube ich, genauso. Mir würde das so reichen. Ich bestelle mir halt auch ganz oft einfach nur Wasser und dann reicht mir auch das Leitungswasser. Aber ich habe das schon mal bestellt, ja. Hast du schon mal Leitungswasser bestellt in einem Restaurant in Deutschland? Ja, aber das war in einem Hotelrestaurant. Was kam da für eine Antwort? Ja, okay. Ich glaube, ich musste es aber sogar bezahlen. Du musstest Leitungswasser bezahlen? Ich glaube, ich musste 50 Cent bezahlen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon, ja. Doch, ich meine, ja. Das ist ja auch frech, ey. Ja, ich habe mich aber nicht mehr so. Das ist schon sehr lange her. Das ist nur noch so eine verschwommene Erinnerung. Ich glaube, das ist aber auch wirklich so gar kein Thema. Und ich glaube, also das wäre ja auch weird, wenn du Leitungswasser bestellst und dann kommt so ein Glas, weißt du, so wie dann auch ein Glas Cola kommen würde. Ja, doch. Und normalerweise erwartet man ja dann so eine Karaffe und dann kriegt man zwei Gläser hin und dann kann man da halt aus dieser Karaffe trinken. So ist es ja im Ausland. Aber ich glaube, in Deutschland würde das niemand machen einfach. Nee, das ist ja auch überhaupt nicht gang und gäbe. Da bestellst du halt eine Flasche Wasser. Ja. Deswegen, die haben wahrscheinlich gar keine Karaffen, die sie dir geben können. Ja. Aber das nervt mich. Gar nicht. Das finde ich total doof. Wenn ich ein Restaurant hätte, die würden immer sofort erstmal so grundversorgt werden mit Leitungswasser. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schon eine gute Sache. Und ich persönlich, ich gehe aber auch wirklich gerne in Restaurants. Ich würde das so cool finden, dass ich dann sage, so und jetzt bestelle ich noch meine Cola dazu, weil die kann durchhydriert jetzt easy leisten, weil ich bin trotzdem so richtig durchhydriert und kann jetzt trotzdem nochmal was Geiles dazu trinken. Weißt du? Ja, aber ich glaube, da bist du halt auch einer der wenigen. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele das dann so machen würden, dass sie dann nichts mehr zum Trinken bestellen. Und dann haben sie halt die ganzen Getränke einbußen, weil viele Menschen bestellen auch einfach Wasser. Also unsere These ist, die Deutschen sind zu geizig, dass man das anbieten kann, weil sie sonst nichts anderes mehr bestellen würden, was etwas kosten würde. Honestly? Also ohne jetzt irgendwie die Deutschen so bashen zu wollen, aber ich glaube, ich wäre ja auch so. Dementsprechend ja. Ich glaube, das ist ein Ding. Krass. Also falls irgendjemand von... Ich werde eine Umfrage machen bei Instagram und dann sollen die Leute mal bitte sagen, wenn sie immer Leitungswasser bekommen würden, ob sie sich immer noch ein Getränk dazu bestellen würden oder ob sie das dann nicht machen würden. Dann können wir das mal sehen. Ja, also du musst sagen, im Durchschnitt. Immer ist, also ich würde mir auch nicht immer dann noch was bestellen. Im Durchschnitt, ja. Im Durchschnitt. Ja, aber durchschnittlich, ob man sich dann auch trotzdem nochmal ein Glas Cola oder was auch immer gönnt oder ob man dann wirklich in den meisten Fällen jemand wäre, der sagt, nö, wenn ich mein Leitungswasser kostenlos kriege, dann brauche ich ja nichts anderes, dann kann ich ja hier schön sparen. Ja, ja, aber guck mal schon alleine, dass du das dann manchmal auch nicht machen würdest, weißt du? Das ist ja dann für die auch schon eine Einbuße. Und dann machen es ja viele auch manchmal einfach nicht. Aber ich finde, das ist irgendwie so eine verschwendete Ressource, wenn du das Wasser nicht nutzt, wenn das schon so gut hier ist. Ich weiß auch nicht. Wenn man es jetzt aus gar keinem Land kennen würde, okay, aber dadurch, dass du halt überall anders gefühlt halt immer dein Leitungswasser kriegst, denke ich mir jedes Mal in Deutschland, so was soll die Kacke hier. Vielleicht ist Leitungswasser hier auch teurer, ich kann es dir nicht sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß ja irgendjemand von euch Bescheid, dann könnt ihr uns ja mal schreiben. Ja, vielleicht, also es gibt ja safe Leute, die das gerade hören, die in der Gastronomie arbeiten, die das bestimmt sogar schon gefragt wurden. Ihr könnt ja mal sagen, wie das bei euch im Restaurant gehandhabt wird, ob es da eine Lösung dafür gibt. Ob das vielleicht, vielleicht stelle ich mich auch nur blöd an und du und vielleicht ist das sogar ganz normal, dass man Leitungswasser kriegt und das in den meisten Restaurants gar kein Thema ist. Aber wir denken das, weil natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir hätten, wir würden gerne eine Flasche Wasser nehmen, machst du ja auch oft, wenn du so mit vier, fünf, sechs Leuten an einem Tisch sitzt, sagst du ja, wir nehmen eine Flasche Wasser, so. Du könntest ja aber auch sagen, wir nehmen, wir nehmen alle Leitungswasser, so. Und vielleicht ist das genauso normal für die. Ja, ja, klar, kann sein, dass das nicht geht, aber natürlich, wenn du sagst, wir nehmen eine Flasche Wasser, natürlich geben sie dir die, die bezahlt werden muss, anstatt jetzt eine Flasche, die sie einfach unter Wasserhahn auffüllen. Aber vielleicht geht das genauso. Ja. Vielleicht ist das sogar so ein Gesetz in Deutschland, dass du jemanden mit Leitungswasser versorgen musst. Nee, ich sag nein. Ist nicht so. Ja, okay. Leute, meldet euch, ich bin sehr gespannt. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich schon so lange. Das wäre wieder so eine Aktion wie der Starbucks-Boy bei mir, der würde sagen, nee, sorry, das führen wir nicht. Leitungswasser führen wir leider nicht, das ist aus. Ja, genau. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass das auch passieren würde. Gibt's nicht, sorry. Ich bin sehr gespannt. Ich frage mich das wirklich schon seit vielen Jahren. Ich, olle Kuh, würde dann einfach sagen, okay. Ja. Aber warum schäme ich mich dafür, wenn ich nach Leitungswasser frage? Wenn das überall anders auf der Welt, habe ich ja gar kein Problem damit. Warum soll ich mich in Deutschland schämen? Ich kann's doch einfach machen. Na, weil es unüblich ist. Aber dann machen wir doch mal, du machst das Experiment, dass du nächstes Mal, wenn du im Restaurant bist, fragst nach Leitungswasser. Oh, ich soll das machen? Ja, machst du. Okay, mach ich. Ich frage aber auch dann direkt nach so einer Karaffe, nicht nur ein Glas, wie sieht denn das aus? Ich will eine Karaffe. Ja, okay, mach das. Okay. Gut. Okay, mach ich. Gut, Julia. Nächste Frage. Welches Lebensmittel oder Gericht, das die meisten Leute richtig eklig finden, isst du richtig gern? Falls du erst mal überlegen musst, ich hab zwei Sachen, die bei mir so Thema sind, wo alle anderen immer sagen, oh mein Gott, wie kannst du das essen? Ja, was denn? Löffel Senf? Einerseits zum Beispiel, aber gut, Senf an sich ist ja was, was viele mögen, aber nur so gelöffelt finde ich es halt auch geil. Einerseits ist es bei mir Koriander. Das finden die meisten Leute sehr, sehr eklig. Oh, ekelhaft, ich kotze. Aber komischerweise fand ich es am Anfang auch eklig. Also ich hab's, jahrelang hab ich Koriander vehement abgelehnt und irgendwann hab ich es dann nochmal probiert und dann hab ich gemerkt, so irgendwie so in Maßen, in so einem geilen, vor allem asiatische Gerichte finde ich geil damit, in so einem geilen asiatischen Gericht, richtig geil. Wenn das so ganz subtil nach Koriander schmeckt. Und was wirklich ganz, ganz weit weg ist vom Standard oder vom Durchschnittsgeschmack eines deutschen Menschen ist, Vegemite oder Marmite liebe ich komplett. Ah, ja, das hab ich noch nie gegessen, glaub ich. Das weiß ich gar nicht, ob ich das mögen würde. Das ist so eine malzige, extrem salzige Paste, wo ganz viel so Gemüse quasi noch so reinge, was weiß ich, fermentiert wurde, keine Ahnung. Es ist so eine, es schmeckt so ein bisschen wie gelartiges Maggi, nur noch salziger. Und ich lieb's. Ich lieb's wirklich ekelhaft irgendwie. Boah, aber Joey, ganz ehrlich, ich kann dir jetzt gerade so auf Anhieb nichts sagen, wo ich denke, okay, das mag ich, das mögen viele nicht. Weiß ich nicht, weil alle Sachen, die ich mag, da kann ich zwar sagen, okay, meine Schwester mag das nicht oder die Person mag das nicht und ich versteh's nicht, aber ich hab jetzt nix, wo ich sage, das ist etwas, was die Allgemeinheit nicht mag, weil zum Beispiel so Sachen, wo man sich drüber streitet, wie Rosenkohl oder Spargel oder so, das mag ich auch nicht. Ja, okay, ich wollte nämlich gerade sagen, so Rosenkohl ist, glaube ich, sowas, das mögen die meisten nicht, oder? Ja, ich auch nicht. Ich würde sagen, mehr als 50 Prozent der Deutschen mögen keinen Rosenkohl, weil es schmeckt auch einfach nach einem Furz. Schmeckt genauso wie ein Furz riecht. Ja, genau, es schmeckt halt scheiße. Ja, okay, aber du hast da nix, was aus der Reihe tanzt? Keine Ahnung, also was ich mache, was sehr unkonventionell ist, würde ich sagen, oder wo du mich auch immer blöd anguckst, ist, wenn ich so, wenn ich Wasser mit Saft mische, weil ich das halt in einem Mengenverhältnis mache, wo die meisten halt sagen würden, Junge, das ist so ekelhaft. Ja, das ist echt eklig. Gammeliges Leitungswasser, voll eklig. Ja, das ist das, was echt die meisten sagen, ich schmecke einfach gammelig und abgestanden und als hättest du irgendwie, weiß ich nicht, halt eklig, aber ich finde es mega, ich finde es super. Ich bin auch richtig froh, immer wenn ich so eine Schorle oder sowas, oder wenn ich so halb-halb mache, ich kippe immer wieder Wasser nach und je weniger Saft dran drin ist, desto mehr schmeckt es mir. Das ist krass. Oder wenn ich so ein, es gibt, ich habe in letzter Zeit öfters mal so ein, von Wolvik gibt es doch diese Tees, der früher immer so für diesen Pink Drink benutzt wurde, wo das so im Hype war, diesen Holunderblüten-Tee. Ja. Wenn der halb leer ist, boah, ich freue mich so sehr, dann kann ich Wasser nachkippen. Und dann, wenn das wieder halb leer ist, freue ich mich wieder so sehr, weil dann kann ich wieder Wasser nachkippen und dann, ich finde das toll. Es schmeckt mir. Ja, das ist schon komisch. Ich kann nicht relaten. Ja, das ist vielleicht was, wo die meisten sagen würden, bah, Junge, ekelhaft. Ich würde ja wirklich auch so eine gute Saftschorle, so 50-50 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Wasser als Saft, würde ich immer auch… Ja, das ist mir zu viel. Das würde ich immer einem puren Saft vorziehen, 100 Prozent. Also Saft pur fand ich noch nie geil, weil es auch einfach zu, das ist so ein Stück dickflüssig, zu dickflüssig auch und es ist zu süß und alles. Zu intensiv, ja. Ja, ja. Also deswegen so Saftschorle verstehe ich zu 100 Prozent, aber in einem Verhältnis von 90 Prozent Wasser und 10 Prozent Saft, nee. Ja, das mache ich zum Beispiel auch super gerne mit Orangensaft. Also ich mache wirklich einfach so einen Schluck Orangensaft in mein Wasser, dass es so richtig, dass es fast schon vergilbt aussieht, das Wasser. Ja, es sieht aus wie Urin. Ja, und ich kann auch verstehen, dass das Menschen nicht schmeckt, weil es halt irgendwie… Aber ich finde es geil. Ja, ist ja auch okay. Darfst du ja auch geil finden, Julia. Danke. Wir dürfen alle unterschiedliche Sachen geil finden. Das macht uns so einzigartig. Genau. Okay, Julia, kommen wir zur nächsten Frage. Und die könnte jetzt nochmal ein bisschen was eröffnen, aber vielleicht auch nicht. Wann möchtest du allerspätestens Kinder bekommen? Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, da musst du ja langsam mal drüber nachdenken. Die biologische Uhr tickt. Och, halt's Maul, Joey, wirklich. Was? Nee, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall in nächster Zeit definitiv kein Kind bekommen möchte. Aber es gibt ja viele Leute, die so sagen, ja, also nicht später als 32 oder sowas. Mein erstes Kind oder mein letztes Kind? Das letzte. Boah. Ja, wahrscheinlich so 35 oder so. Das letzte mit 35? Ja, irgendwie so. Und das erste muss noch vor der 30 kommen oder ist das dann egal? Nee, das ist mir egal. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich halt schauen, wie ich mich fühle. Weiß ich nicht. Okay, krass. Da gucke ich, wie es mir geht. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, du hast dir da so voll drüber Gedanken gemacht. Du wärst voll im Bild, was das angeht. Nee, also, ja, früher war ich schon immer so, dass ich dachte, boah, also mit 26 möchte ich auf jeden Fall ein Kind kriegen, weil ich möchte auch eine coole junge Muddi sein und das ist ein super Alter und das ist top. Aber jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, dass ich in zwei Jahren jetzt ein Kind kriegen würde, fühle ich mich jetzt, nee, weiß ich nicht. Nee, weiß nicht. Muss ich gucken. Wenn ich mich bereit fühle, fühle ich mich bereit. Egal, wann das ist. Aber das Ding ist ja, heutzutage kannst du ja auch noch locker mit Ende 30 ein Kind kriegen. Also, du kannst ja dann auch mit deiner Elternzeit auch wesentlich später inzwischen beginnen, als früher das noch der Fall war. Oder sagt man immer noch, dass Komplikationen in der Schwangerschaft so krass immer noch heutzutage sind? Ja, also, je älter du wirst, desto gefährlicher ist es. Na klar, das schon. Aber nur während der Schwangerschaft, ne? Also, wenn das Kind dann einmal draußen ist, ist alles gut? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann gut sein. Okay. Also, klar, wenn das Kind draußen ist, ja. Obwohl, nee, ich meine, dass Frauen auch von so einer Geburt dann mehr Folgen haben können, wenn sie älter sind. Okay, dann ist es ja doch noch. Also, da kann halt einfach mehr passieren. Ja, also sowohl mit dem Kind als auch später dann noch mit der Frau durch die Schwangerschaft. Ja, ja, also ich meine, nach der Geburt dann wahrscheinlich nicht mehr, weil dann ist ja, dann ist ja alles getan so. Aber es kann sich ja, kann dabei ja was passieren, was dann danach. Ja, so Spätfolgen einfach von der Geburt. Weiß ich nicht. Aber keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich bin kein Arzt und kenne mich mit Schwangerschaften relativ wenig aus. Ja, das Ding ist, ich bin ja auch noch nicht in dem Alter, deswegen muss ich mir nicht, muss ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen, was ist, wenn ich ein Kind mit 40 kriegen möchte. Weiß ich nicht. Ja, okay, also so Mutti-Content ist auch noch kein Thema bei dir, dass du dir das gerne anschaust? Nee, überhaupt nicht. Du bist auch nicht oft auf Baby-Shower-Partys? Also, ich habe noch keine Freundin, die schwanger ist oder war. Okay, sehr gut. Was halten wir eigentlich von diesen Baby-Gender-Reveal-Partys? Sind das Shower-Partys oder ist das was anderes? Ja, boah, nee, das mag ich nicht irgendwie. Ich finde das so kacke. Ich finde, also was heißt kacke? Ich meine, wenn Leute gerne Partys machen und so und wenn sie gerne einen Anlass haben, um mit ihren Freunden irgendwie zu feiern, dann machen die halt auch für jeden Anlass eine Party und das ist ja auch vollkommen okay, dann für sowas das so zu feiern. Aber, also ich bin einfach generell nicht der Typ dafür und das ist auch so, ich finde, weiß ich, ich finde das komisch, das zu feiern. Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, das Geschlecht ist ja eigentlich so unnötig, also so, das hat doch gar nicht so eine... Ja, ich glaube auch nicht, dass es, dass die Leute das machen in dem Sinne von ich muss mich dann über das eine Geschlecht, was es wird, so extrem freuen. Die freuen sich so oder so und die würden sich ja über jedes Geschlecht freuen, was es dann am Ende wird. Ich glaube, es ist einfach dieser Effekt und diese Überraschung, die du halt dann mit den Leuten vielleicht so zusammen feiern willst. Weil das ist ja schon dieser Moment, wo man dann, keine Ahnung, den Ballon platzen lässt oder den Kuchen anschneidet oder was auch immer, das ist ja schon alleine fürs Experience, glaube ich, dass es cool ist, dass du es mit allen zusammen erfährst und dass es so ein krasser Moment ist, wo alle dabei sind, so, weißt du? Ja, das macht tatsächlich Sinn. Anstatt, dass du beim Frauenarzt sitzt und der dir dann sagt, ja, wird ein Junge. Okay. Ich finde tatsächlich, das hast du, also von dem Blickwinkel habe ich noch nie betrachtet, aber es macht ja wirklich, wenn man so jemand ist, der so Überraschungen geil findet und sowas auch gerne feiert, dann ist es ja tatsächlich ein guter Anlass. Weil ich mir auch so dachte, so, also, das Geschlecht kannst du eh nicht in irgendeiner Weise kontrollieren, so, warum dann jetzt so eine dicke Party darum feiern und, also, warum unter dem Deckmantel? Aber unter dem Deckmantel, ich werde überrascht und beides ist vollkommen in Ordnung für mich, ist es ein Argument, so eine Feier zu veranstalten, das stimmt. Ja, voll. Ich kann mir nicht, also, ich glaube nicht, dass, äh, das alles andere würde ja auch gar keinen Sinn machen. Weil es ist ja nicht so, okay, es wird ein Junge, ja, dann gehen wir alle nach Hause. Weißt du? Das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, das ist, das ist wirklich einfach dafür da, um zu, um mit seinen Freunden und Liebsten das zu feiern, so, und die Überraschung zusammen zu haben und diesen Moment halt zu haben, weißt du? Ja, ja. Aber für mich wäre irgendwie das Geschlecht meines Kindes überhaupt kein Anlass, jetzt eine Feier zu veranstalten. Das ist irgendwie so ein... Ja, ich glaube, ja, das ist nix, wo man sagt, okay, ich muss jetzt eine Party feiern, weil ich weiß jetzt, dass es ein Mädchen wird, sondern ich glaube, es ist wirklich... Das macht ja auch keiner. Diese Party, die ist ja nicht, nachdem man weiß, es wird ein Mädchen, werde ich jetzt eine Feier veranstalten, sondern es ist ja für diesen, für diesen Moment, so. Ja. Und das verstehe ich dann schon, aber ich bin auch einfach niemand, der so... Ich feiere auch fast nie meinen Geburtstag. Ja. Bin einfach nicht so jemand. Aber weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht denke ich mir dann doch schon, ich würde das gerne machen, weiß ich nicht, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Wenn du dann immer schwanger bist, hast du vielleicht doch Bock drauf. Vielleicht macht die Schwangerschaft aus dir so eine alte Partyqueen und du willst dann dauernd feiern, Julia. Das wäre echt ein schlechter Zeitpunkt, sobald die Schwangeren immer feiern wollen. Nee, weiß ich nicht. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass ich es auch schon cool fände, wenn sowas ist, dass ich das nicht so ganz normal beim Frauenarzt auf der Liege, dass er mir das dann einfach sagt, sondern ich fände das auch cool, wenn er das einfach in so einen Umschlag packt, ich will das dann irgendjemandem gebe und die Person dann irgendjemand was vorbereitet. Aber ich glaube, ich würde es vielleicht einfach mit meinem Partner zusammen alleine machen, so. Dass ich mich mit dem zusammen dahin setze und irgendwie so ein, weiß ich, irgendwas mache, dass es eine coole, also eine coole Umgebung für die Überraschung ist, so. Genau. Einfach in so einem schönen... Schönem Moment, so. Schönem romantischen Setting und dann macht man den Umschlag auf und dann kann man sich zusammen so über sein Kind freuen. So, das ist auch okay. Ja, also ich finde auch eine Party okay. Vielleicht mache ich auch eine Party. Vielleicht musst du zu meiner Babyschauer kommen irgendwann, Joey. Ich komme auch. Versprochen. Du findest es halt nur kacke. Ach, ich weiß nicht, so Babypartys finde ich irgendwie generell ein bisschen schwierig. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein... Also auf einer Party, auf so einer Party, wo nur Schwangere sind und so weiter, kommt ja auch nicht wirklich Stimmung auf. Weißt du, was ich meine? Und dann isst man da zusammen Kuchen, alles ist irgendwie so ein bisschen verkrampft und da treffe ich mich lieber für irgendeinen Schnulli einfach so mal und wir sagen, ey, komm, lass uns alle zusammen in den Park setzen, aber doch nicht hier so, ja, unser Baby, unser Geschlecht wird jetzt revealed und deswegen treffen wir uns jetzt alle und wir hängen ganz viele Luftballons überall auf und Konfetti-Kanonen und bla bla bla. Ich weiß nicht, ich finde, das ist ein bisschen zu gestaged alles. Nö, also grundsätzlich glaube ich, das finde ich dieses Setting und so, das alles gar nicht so schlimm. Ich glaube nur, also ich weiß, was du meinst, weil wenn ich das auf Instagram sehe, ja, dass es solche Partys gibt und dass die gefeiert werden und so, dann sieht es halt für uns nach außen, also für mich zumindest, sieht es wirklich immer so aus, als wäre das so eine steife Erwachsenenfeier, wo halt wirklich keiner feiert, sondern alle so gediegen da sitzen, weil das halt alles so auf schick gemacht ist und so. Aber ich glaube, das ist auch nur das, was uns gezeigt werden soll, weil die Instagram-Accounts von den Leuten so funktionieren, weißt du? Deswegen sieht das für uns nur so aus. Diese Gender-Reveal-Partys sind ja eigentlich auch so ein Instagram-Ding. Also es ist ja durch Instagram erst so groß geworden, oder? Gab es das schon vorher? Ja, doch, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich kenne das jetzt nicht so von meinen Eltern und so. Die haben jetzt glaube ich keine Gender-Reveal-Party gemacht, wo die dann rosa oder blaues Holy-Pulver in die Luft geschossen haben. Das ist doch das Einzige, was so immer noch so ein bisschen so dieses Ding ist. Also ich finde es grundsätzlich nicht schlimm mit diesem rosa-blau-Ding, weil ich halt weiß, okay, die Leute machen es halt dafür, weil wie willst du es anders machen? Aber unter dem Aspekt, dass es ja trotzdem irgendwie so ein schwieriges Ding ist mit diesen Gender-Farben und sowas, ist halt so eine Gender-Party auch dann wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, also es ist ja nur das biologische Geschlecht, was du dann feierst in dem Moment, weil du weißt ja auch überhaupt nicht, wie sich dein Kind später identifizieren wird und dann ist das irgendwie auch so ein, warum dann so das Geschlecht an so eine große Glocke hängen, wenn im Endeffekt dann vielleicht das Kind sagt, hey, ich fühle mich quasi dem anderen Geschlecht zugehörig oder halt vielleicht auch gar keinem oder sowas. Dann hast du da eine Gender-Reveal-Party gemacht und dann hängst du da mit den Fotos von dieser Party, wo das Kind dann sehen kann, ja, it's a boy und dann musst du dem biologischen Jungen erklären, ja, es ist aber auch okay, wenn du dich jetzt nicht so identifizierst, wenn du was anderes haben willst, ich finde, das ist alles Schwachsinn, ist doch Käse. Einfach mal das Geschlecht nicht so sehr an die Glocke hängen. Unter dem Aspekt, ja, verstehe ich, dass du sagst, das ist schwierig und man sollte das nicht machen, weil der Junge fühlt sich so nachher unter Druck gesetzt oder weiß ich nicht was, aber am Ende darf man sich dann auch nicht freuen, wenn der Frauenarzt einem einfach sagt, du kriegst einen Jungen, weißt du, was ich meine? Ja, aber guck mal, du musst dich ja freuen, ob es jetzt ein Mädchen wird oder ein Junge, so weißt du, weil es kann beides ja werden. Entsprechend musst du dich ja auf beides einstellen, entsprechend wäre es blöd, wenn du dann bei einem Geschlecht sagst, ja, finde ich jetzt irgendwie doof, habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Aber jedes Elternteil muss sich ja, bevor es sich dazu entscheidet, ein Kind zu bekommen, darüber bewusst werden, mein Kind kann trans sein, kann schwul werden, kann lesbisch werden, kann sonst irgendwelche Sexualitäten auch haben, die vielleicht nicht dem Durchschnitt entsprechen oder eben auch sich überhaupt nicht einem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen und entsprechend muss es ja auch sich darauf vorbereiten, damit umzugehen. und dem Kind, also es entscheidet sich ja dafür, das Kind trotzdem zu lieben, auch wenn es nicht quasi dem Durchschnitt entspricht, was Sexualität als auch Identität angeht. Und dann eine Party zu machen, wo man ein bestimmtes Geschlecht feiert, obwohl man weiß, in Zukunft könnte es passieren, dass sich dieses Kind auch noch anders identifizieren kann. Ist das dann nicht irgendwie so ein bisschen Quatsch dann? Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ja, 100 Prozent, aber ich glaube, du siehst das ein bisschen zu sehr auf dem Aspekt, dass die Leute das Geschlecht feiern. Ich glaube, die feiern im Endeffekt einfach nur, dass sie ein Kind bekommen und yay, ich kriege jetzt einen Jungen, ich will den Moment mit euch feiern, dass ich jetzt weiß, was es für ein Geschlecht hat. Ja. Ich glaube nicht, dass es darum geht, ja Mann, wir haben Jungen bekommen, jetzt alles gut, jetzt können wir einen drauf saufen, weil, was ich vorhin meinte, wenn es ein Mädchen gewesen wäre, wären wir dann lieber alle nach Hause gegangen und wären enttäuscht. Nee, das hat er sich beim Jungen gesagt, fand ich auch cool. Hä? Du hast es beim Jungen gesagt, wärst du ein Junge, wären wir alle nach Hause gegangen, oder? Ja, oder, ja, andersrum, ist ja egal, in welche Richtung, gibt der, also, ne, aber ich glaube wirklich, dass es den meisten einfach nur darum geht, einen coolen Moment mit ihren Liebsten oder was auch immer zu haben, so. Ja, aber den kann man doch auch unter einem anderen Deckmantel machen, Julia, da muss das nicht das blöde Gender, da so ein Riesenthema sein, das ist das Einzige. Ja, verstehe ich. Ich finde, es ist einfach nicht, also, es ist, dieser Deckmantel ist nicht optimal für so eine Feier. Ja, es wirkt nach, also. Dann soll man feiern, dass man gerade, keine Ahnung, jetzt endlich wieder die Haarlänge erreicht hat, die man toll findet, so, einfach mal die kleinen Dinge feiern. Naja, du willst ja schon dein Kind feiern, du willst ja schon dein Kind feiern. Ich finde, das, also, ich verstehe, was du meinst und es sieht auf Instagram auch mit diesem, mit diesem blau und rosa, äh, Ding, dass man dann eine blaue, äh, eine blaue Torte anschneidet und dann weiß man, dass es ein Junge ist, so, das ist natürlich alles Kacke und dieses Grundsätzliche, wie das aufgebaut ist, ist nicht so richtig. Zeitgemäß, aber grundsätzlich finde ich es nicht schlimm, dass die Leute mit ihren Freunden feiern wollen, dass sie ein Kind kriegen, so. Es sieht halt nur zu sehr auf dieses Gender-Ding aus, ja, verstehe ich. Ja, ja, ja. Gut, haben wir das geklärt. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Ich glaube, wenn, also ich finde ja Kinder eigentlich nicht so geil, aber ich will nicht sagen, dass sich das noch ändern wird irgendwann in meinem Leben, aber ich glaube, vor 35 könnte ich es mir absolut gar nicht vorstellen. Aber ich bin halt auch schon in sieben Jahren 35, also es ist gar nicht mehr so weit weg. Naja, sieben Jahre sind schon nochmal eine lange Zeit. Aber ich finde, ich wäre auch so ein guter Papa noch mit so 40, also so quasi so ein Anfangspapa, weißt du, kann ich mir auch noch vorstellen. Aber mit 60 will ich dann halt auch kein so Dad mehr sein. Da denke ich mir so, nee, dann ist jetzt Zeit so, dass mein Kind aus dem Haus ist. Ich finde auch ab einem bestimmten Punkt ist es für sich selber, ich finde es ab einem bestimmten Punkt unverantwortlich, Kinder zu kriegen, irgendwie. Weil ich meine, klar, es kann immer was passieren, aber wenn du so mit 60, 70 noch Papa wirst, so dann, dein Kind wächst dann ja automatisch irgendwann ohne Papa auf. Ich finde, ich habe irgendwann mal gesehen, dass jemand mit 70 noch ein Kind bekommen hat und dann denke ich so, ja, aber eventuell ist das Kind 10, wenn du stirbst. Das ist doch schrecklich. Ja, man muss auf jeden Fall auch auf das Kind achten. Und es hat ja auch Nachteile, wenn wirklich Kinder alte Eltern haben, im Sinne von, die sind wirklich nicht so alt wie Durchschnittseltern, sondern deutlich älter, dass dann Kinder auch so in der Schule und sowas ein bisschen mehr Probleme kriegen, wenn das dann so ein Thema wird und so, dass sie damit auch so ein bisschen strugglen einfach. Aber gut, das ist dann auch wieder eine Frage, wie weit man das Kind darauf vor. Ja, das ist wieder so eine Gesellschaftsfrage, das ist kein Aspekt, wo ich jetzt sagen würde, okay, dann kriege ich jetzt kein Kind mehr, weil vielleicht wird es dann gemobbt so, sondern einfach schon alleine für dieses, eventuell muss es dann sehr, sehr früh weiter ohne Elternteil aufwachsen. Ja, das ist auf jeden Fall ein starkes Argument dagegen, mit 70 Vater zu werden. Ja. Aber passiert ja zum Glück in den seltensten Fällen. Ja, genau. Ist auch egal. So, wir haben ein random Thema. So, Joy, hast du noch eine ganz schnelle Frage? Nee, das waren alle Fragen. Wir sind durch hier. Ah, okay. Das war eine sehr komische Folge. Es tut mir wahnsinnig leid, Leute, dass wir so viele technische Probleme haben, die man hoffentlich nicht mitbekommen hat. Aber ich bin richtig am Schwitzen von Nervosität als auch vor 30 Grad im Schatten. Ja, hier ist es nicht mal so warm und meine Kamera überhitzt trotzdem. Dementsprechend würde ich sagen, die Folge beenden wir jetzt. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und ja. Und ich habe noch eine letzte Sache ganz kurz zu sagen. Vielleicht, ich weiß nicht genau wann, aber vielleicht guckt ihr die Tage mal auf youtube.com slash joysjungle vorbei. Oh mein Gott. Okay, damit können wir die Folge beenden. Ja, oder? Bis dann, Julia. Hab dich lieb. Wuhu. Tschüss.